Willkommen bei Civilization 6 und nach dem letzten Mal, ich weiß noch nicht, ich fühle mich irgendwie so friedlich, so in der inneren Harmonie erfüllt und das möchte ich einfach nicht mehr. Ich möchte ein bisschen Blut vergießen und ein bisschen Blut vergießen, da kann man natürlich einige Anführer wählen und welche können wir da nehmen? Vielleicht den mächtigen Genghis Khan, den mächtigen Kublai Khan, beides große Herren ihrer ganzen Reiterhorden, den Cyrus von Persien, der einen mit seinen Unsterblichen überrennen kann, den großen Shaka Zulu, der mit seinen Horden und den Impis die ganze Welt unterjochen kann. Oder wir nehmen den guten alten Hammurabi und machen so richtig schöne Erniedrigungsstrategie gegenüber der KI. Wir werden mit den Standardeinstellungen spielen, könnt ihr euch einfach anschauen und wir werden zusätzlich noch den Mix-Modus nehmen, das heißt Forschung und Ausrichtung sind komplett geschaffelt, sodass wir richtig viel Spaß haben. Warum ist das besonders viel Spaß? Wenn Hammurabi die folgende Fähigkeit hat, denn er kriegt von jedem Heureka die komplette Wissenschaft für die Technologie. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen, mal nachzuspielen. Nebenbei können wir auch bei jedem Spezialdistrikt unser erstes Gebäude bekommen, ist ganz nett. Und Palgum ist halt ein Ersatz für die Wassermühle. Ja, und wir werden was versuchen? Ja, wir werden versuchen, die KI, wie gesagt, richtig zu erniedigen, um mal richtig Blutbad auszulösen. Und zwar machen wir die gute alte Bombard-Rush-Strategie. Das heißt, wir werden mit den Heurikas, das kann man eigentlich nur mit Hammurabi so richtig gut machen, den Heurikas möglichst schnell die Bombarden erstellen können und Pike and Shot, die werden wir uns schnell besorgen. Das heißt, wir haben ein paar Aufgaben. Erstens, wir müssen die Heurikas natürlich erfüllen, das sind drei Bogenschützen bauen, zwei Armbrusschützen bauen und schon haben wir eigentlich diese Forschung durch. Das ist relativ leicht, könnt ihr euch vorstellen. Und wir springen damit einige Technologiestufen nach vorne. Zweitens brauchen wir sehr viel Geld. Das heißt, wir müssen versuchen, Geld zu konservieren, lieber ein paar Städte weniger und nicht viel kaufen, sondern versuchen, von der KI das Geld zu sacken mit unseren Quick Deals, super Mod, müsst ihr euch installieren, und dann dieses Geld zu sparen, um uns eben die Bombarden leisten zu können. Und das ist die Strategie, um hoffentlich die KI, die drei Gegner, die wir uns hier gewählt haben, relativ schnell so richtig schön in den Boden zu stampfen, um uns mal von dieser ganzen Friedlichkeit und Harmonie zu säubern. Also schauen wir uns mal an, wie das so gelaufen ist. So, und da wären wir mal in unserer Startposition. Boah, bin ich sehr zufrieden mit dieser Startposition, sage ich ganz ehrlich. Wir haben zum Siedeln ein paar Optionen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das Tutorial, guckt euch nochmal an, was man genau machen kann. Hier ganz ehrlich kann man eigentlich nichts falsch machen. Das ist schon sehr gut. Eins Problem ist, wir haben sehr viel Berg in unserem Gebiet, was natürlich dann verhindert, dass wir sehr viele gute Felder sozusagen erwirtschaften können. Dafür haben wir natürlich einen Stach, der ist ja, boah, für die Götter. Wenn wir jetzt hier siedeln, kriegen wir schon, weil es ja ein Ebenenhügel ist. Oh, der ist ein Graslandhügel, okay. Da sind wir schon, einen Schritt müssen wir uns also bewegen, tatsächlich. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ich war jetzt wirklich garantiert sicher, dass das hier Ebene ist. Aber gut, naja, ist nicht gelb, stimmt schon. Das heißt, wir haben die Option, hier hinzugehen. Das wäre ja auch ein Ebenenhügel, dann kriegen wir auch den Glauben dazu. Haben allerdings dieses super-Mega-Teil vom Gewürz nicht. Ey, Halleluja, ist das gut. Wir könnten halt hier hingehen, das wäre, glaube ich, der No-Brainer. Und dann können wir das mitnehmen. Kommen wir auch an die Bananen hinten noch ran, was sehr, sehr gut ist. Hier richtig erkunden kann man jetzt auch nicht wirklich. Vielleicht gehen wir hier runter. Oh, noch mehr Berg. Okay, das ist natürlich, also hier werden wir einen super Campus bestimmt irgendwo setzen können. Aber ist natürlich sehr eng, ne? Das ist sehr eng. Aber ich denke mal einfach hier hingehen, ist halt das Einzige, was wir machen können. Also, alles andere wäre mehr Zeitverschwendung. Das für so ein super Start. Oder halt auf Gewürz, man muss allerdings denken, da ist ja der Dschungel oder Regenwald drin. Regenwald zieht nochmal eine Nahrung ab. Das heißt, wir würden trotzdem drei Nahrungen, zwei Produktionen bekommen. Was auch sehr gut ist, ehrlich gesagt. Wir hätten halt die Möglichkeit, beide Teile mitzunehmen, die halt wirklich super gut sind. Und haben noch zwei, zwei. Das heißt, insgesamt würden wir sechs Nahrungen und vier Produktionen bekommen. Das ist schon ein Gott-like. Das in der zweiten Runde. Das beides hat seine Vorteile. Zumindest halt, wenn wir Hammurabi spielen, haben wir ja nur die Heurekas und minus 50 Prozent Wissenschaft. Das heißt, wir müssen natürlich Bewässerung dann irgendwie als Heureka rausballern, damit wir hier auch eine Plantage zum Beispiel bauen können. Draufsetzen wäre deswegen auch nicht dumm. Aber das Start wäre halt schon deutlich schwächer, würde ich sagen. Drei, zwei ist okay. Dann hätten wir halt fünf, vier. Müssten allerdings, ja gut, wir kommen auch irgendwann zu Bananen. Das ist, glaube ich, eigentlich jetzt, glaube ich, zu viel Philosophie. Ich glaube, ich setze mich einfach hier hin. Hier haben wir einen Regenwald, würden wir da aber genauso. Von daher setzen wir uns hier hin. Das ist, wie gesagt, ein sehr berglastiges Ding, was ein bisschen sehr nervig ist, um ehrlich zu sein. Aber ihr seht halt, was wir jetzt für Dreck behielt haben. Damit kann man auf jeden Fall mal loslegen. Ja, kurz zum Bauen. Wir werden auf jeden Fall einen Schleuderschützen am ersten Sperr bauen. Müssen wir einfach. Weil wir wollen damit einen Schleuderschützen den ersten Kill haben. Denn unser Ziel ist, den Bogenschießen-Heureka, das Bogenschießen-Heureka rauszukriegen mit einem Kill von den Schleuerschützen. Dann wollen wir drei Bogenschützen bauen, dann zwei Ambussschützen und dann sind wir schon beim Bombarden. Das ist ziemlich krank. Also ich kann es nur empfehlen, das einfach mal nachzuspielen. Das ist, oh mein Gott, das ist wirklich hier nur Berg. Ach, gut. Wir haben echt nicht viele Ausbaumöglichkeiten. Das ist für die Distrikte nicht so cool. Natürlich haben wir hier einen absoluten Killer Campus oder Heiligenstädte. Kannst du auch an, wenn wir Herkules kriegen. Können sogar beides machen. Hier ist ja auch noch Killer. Also das ist schon sehr cool für diese Distrikte, aber insgesamt hat sie sehr eng bebaut. Mal schauen, was wir sonst noch finden. Gut wäre eine Küste, dann kriegen wir noch einen Heureka geschenkt. Und als letztes fangen wir mal mit Berbau an. Und zwar können wir dann Holz abpacken. Dann würde ich vielleicht mit Magnus anfangen, damit wir hier das schon mal abholzen. Wenn wir dann die erste Zivilisation gefunden haben, direkt einen Campus hier hinsetzen. Oder eben Heiligendistrikt, wenn wir einen Naturwunder gefunden haben. Dann kriegen wir auch die ganze Forschung. Denkt daran, dass wir auch Schaffel drin haben. Das heißt, wir wissen also nicht, was hier vor sich geht. Was ich eigentlich immer ganz lustig finde, gerade mit Hammurabi, ist das halt einfach so ein bisschen Spaß haben, sage ich mal. Kann ich euch nur empfehlen. Oh, riecht ihr das? Riecht ihr das? Da ist was. Da steht ja schon Matterhorn, kann das sogar sein? Naja, weiß ich gar nicht, ob das Matterhorn ist. Aber hier ist irgendwas. Das werden wir uns ja schon mal holen. Dann kriegen wir nicht noch einen Heiligendistrikt. Dann können wir sogar vielleicht ein bisschen Religionsspiel noch nebenbei spielen. Finde ich auch nicht schlecht für den Anfang. Wenn ich diesmal auch nicht verkacke, die Religion am Leben zu halten. Oder zumindest so lange am Leben zu halten, bis wir alle Gegner geplättet haben. Dann wäre das ganz cool. Wir haben unten zwei Stadtplatten drumherum, die wir beide als erst kennengelernt haben. Das gibt uns schon mal ordentlich Asche dazu. Weil wir einfach durch... Weil wir einfach einmal hier zwei Gold in der Hauptstadt bekommen haben. Also vier Gold insgesamt. Sehr gut. Weil wir brauchen halt viel Gold auch. Ist ja noch keinen Gegner getroffen, was ich schon irgendwie bei zwölfter Runde verblüffend finde. Und wir bauen natürlich einen Siedler, könnt ihr euch ja vorstellen, als nächstes. Und ja, haben wir ja noch immer sehr gute Tiles, wie ihr sehen könnt. Das ist schon exzellent. Da kann man durchaus mitarbeiten. Jo, es ist tatsächlich Matterhorn, man konnte es schon sehen. Das ist doch gut. Dann haben wir nämlich jetzt Euseurika durch. Wir würden, glaube ich, nicht den Hermetischen Orden nehmen. Oder wie er heißt. Genau. Der ist nämlich jetzt zu blöd, weil er uns noch mehr Felder klauen würde. Das müssen wir mal überlegen, was wir sonst nehmen. Ob wir wieder mal die Obelisken nehmen. Oder ob wir hier vielleicht die Rollen der Minerva nehmen. Wobei ich die irgendwie nicht so cool finde. Oder vielleicht der Vampir. Weil das würde uns für den Krieg natürlich auch nochmal einen ordentlichen Frontliner geben. Was gar nicht so verkehrt wäre. Jetzt müssen wir erstmal ein Bebarrencamp hier finden. Hier unten waren irgendwo Bebarren. Die wollen wir natürlich abfangen und mit unserem Schleuderschützen töten. Das ist ja klar. Da haben wir unseren ersten Gegner, den Deutschen. Den Frederik. Sehr gute Situation auch für den Anfang. Jetzt haben wir Schrift. Das wollte ich unbedingt haben. Das ist ein gutes Timing. Wir haben jetzt Bergbau, glaube ich, auch gleich fertig mit einer Runde. Das heißt, wir können hier auch in... Jetzt wechselst du, wenn man da hin. Du wolltest es hier doch eigentlich nicht ausbreiten. Verdammte Sch... Ärgerlich, wollte ich sagen. Das wollen wir eigentlich natürlich ändern. Wir wollen eigentlich hier das haben. Damit wir hier einen Campus oder halt ein Heilindustrie bauen können. Vorher noch ein bisschen abholzen können. Wir haben hier ein Handwerker geschenkt bekommen. Und wir haben hier noch Auge von Afrika gefunden. Ob das jetzt relevant ist, eher oder weniger. Und eine gigantische Wüste, was mir richtig auf die Nerven geht. Also das finde ich überhaupt nicht gut. Aber können wir jetzt auch nicht viel gegen machen. Norden. Ja, hier können wir noch eine Stadt bauen. Hier auch. Das könnte auch eben mehr sein. Das wäre schon mal ganz gut. Ja, ist es tatsächlich. Das heißt, wir könnten hier schön noch eine Stadt bauen für den Bonus. Und irgendwo waren hier Barbaren. Aber ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Das macht mich komplett wahnsinnig. Ich glaube, wir müssen den sauren Apfelbeißen die 50 Gold ausgeben. Das ist natürlich echt nicht das, was ich haben will. Oder 55 sogar. Aber es will einfach nicht. Ich will das Teil auf jeden Fall haben. Wofür ich es benutze, ist eigentlich illegal. Äh, egal. Egal. Aber erstmal hauen wir uns hier schön in den Siedler raus. Was schon mal eine sehr gute Sache ist. Wir können dann erstmal ein bisschen einen Forward zetteln. Damit wir in Deutschland ein bisschen abdrängen. Damit wir nicht zu sehr eingequetscht werden. Oder wir können halt nach oben gehen, um uns den Bonus hier fürs Meer zu holen. Ich glaube, wir wollen nach Forward hier erstmal gehen. Das wäre besser. Wobei, dieses Gebiet ist nicht gigantisch. Gerade mit der blöden Wüste. Ich würde vielleicht so ein bisschen Petra spielen. Aber wichtig ist halt genau das hier. Wir wollen entweder ein Heiligendistrikt plus vier. Oder den Campus plus vier. Und wir könnten hier sogar noch ein plus fünfer machen. Weil hier ja auch nochmal ordentlich was ist. Plus die zwei Dschungel, die da nebenbei sind. Kingen wir tatsächlich fünf hin. Wir könnten sogar beides hinkriegen. Richtig gut. Aber gut, habe ich ja auch gesagt. Wir kriegen hier beides auf jeden Fall hin. Sehr gut. Womit fangen wir an? Das ist die Frage. Ich glaube, Heiligendistrikt wäre nicht gut. Wir kriegen ja direkt, denkt dran, den Tempel. Oder nicht Tempel, sondern Schrein gebaut. Das heißt, wir haben da schon mal ein bisschen was extra. Und Campus bringt uns ja nur 50% Forschung. Allerdings kriegen wir natürlich große Wissenschaftler. Oder Punkte dazu. Und die lösen ja auch Heurekas aus. Das heißt, wir kriegen da natürlich auch umsonst noch Sachen. Ich würde mal sagen, wir machen als Zweiter den Campus da oben. Und hauen erstmal hier den Heiligendistrikt hin. Ob das jetzt richtig ist, kann ich euch jetzt gar nicht so sagen. Wichtig ist einfach, dass wir diese Ressourcen, die wir jetzt bekommen haben, auf jeden Fall mitnehmen, bevor wir jetzt noch einen Siedler bauen, damit wir da in den größten Vorteil kriegen. Und dann vielleicht geben wir auch nochmal hier das Geld aus. Dann baue ich aber auf jeden Fall erstmal hier eine Mine hin. Oder ich holze hier und mache eine Mine hin. Das wären jetzt die zwei Optionen, werde ich jetzt nicht alles besprechen, nur dass es einmal versteht, wie soll das Ganze ablaufen. Was für Ideen habe ich. Ich zeige euch dann immer das Endergebnis natürlich dann nachher. Entscheidungen über Entscheidungen. Na gut, da verlieben wir eigentlich solche Spiele. Ja, also ich könnte jetzt hier Plantagen nehmen. Dann würden wir natürlich langfristig, wenn ich Besässungen durch die zweite Stadt hier unten halt rausgehauen habe. Ich würde die Stadt hier einsetzen, um das Gold mitzunehmen. Könnte ich natürlich dann nochmal Bewässerung kriegen und dann noch die Plantagen hier raushauen. Ich würde aber auch tatsächlich einfach diesen blöden Handwerker zu nehmen hier, damit ich den nicht bauen muss. Dann können wir nämlich hier alles abholzen und direkt die zweiten Distrikte auch noch auf den Weg bringen. Das ist schon ziemlich mächtig tatsächlich. Es ist halt beides an drei Kulturen. Wir werden wahrscheinlich noch mehr bekommen, weil da unten hier sind überall noch Plantagenmöglichkeiten da. So ist das nicht, genauso wie hier. Das heißt, langfristig kann uns das natürlich schon einiges an Kultur bringen, um uns den ersten Headstart zu geben. Das ist halt schwierig, schwierig, schwierig. Aber so ein Handwerker ist natürlich auch sehr attraktiver. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich die Plantagen, auch wenn es das momentan noch gar nichts bringt. Aber ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Werden wir ja dann sehen. So, hier ist unser wunderschönes Distrikt. Direkt mit Schrein, wie gesagt. Das ist schon sehr gut. Wir haben jetzt ordentlich Glauben pro Runde. Ich hoffe, dass wir ein goldenes Zeitaltheim bekommen. Dann müssen wir noch unsere Spezialeinheit bauen, damit wir dann da schön auf die, ihr kennt es ja, Monumentalismus gehen. Das ist halt einfach ein Muss immer. Wie jedes hohe Spiel, dass wir da auf jeden Fall Monumentalismus, ich muss auch noch aussprechen können, Monumentalismus gehen können. Denn das ist einfach super. Damit werden wir hier auf jeden Fall ordentlich wegkloppen. Weil wir wollen hier noch einiges wegmachen. Ich bin im Siedler so ein bisschen am Kriegsfuß, weil ich will hier oben auf jeden Fall noch hin. Das noch shoppen, wie man so schön sagt, und den Campus da hinklatschen. Da haben wir schon sehr mächtige Distrikte. Was wir auch brauchen auf jeden Fall, da müssen wir die bewahren, die mich übrigens hier gesporen sind, mich verfolgen, total, weiß ich auch nicht, übertrieben, müssen wir dann noch killen, damit wir diesen Boost kriegen fürs Lager, weil Lager brauchen wir auch noch. Da müssen wir die Bevölkerung noch weiter wachsen lassen. Ich denke, aber es ist sinnvoll, den Campus direkt zu nehmen mit den großen Punkten, die wir da bekommen, wenn man so einen guten kriegen kann. Warum sollte man das nicht tun? Das ist die Frage. Und ich denke, ich werde erst mal die Spezialeinheit bauen, wo man nicht ehrlich gesagt Monument auch als sehr sinnvoll erachten würde. Weil Spezialeinheit gibt uns halt den Boost hier fürs Goldenen Zeital. Da sind wir schon auf der sicheren Seite und können dann loslegen. Boah, wie lange das gedauert hat, dass ich jetzt hier hinten mich siedeln konnte. Ey, diese blöden Einheiten da, da gingen mir so viel nerven. Jetzt müssen wir hier unten das auf jeden Fall auch, das ist auch wieder kaufen. So bitter. Wenn wir auf jeden Fall einen Handwerker bauen und werden das hier unten auf jeden Fall langfristig kaufen oder nehmen müssen. Wir wollen auf jeden Fall die Bewässerung haben. Es ist essentiell, damit wir hier noch mehrere Ressourcen auskriegen. Es ist zwar nur Gold, aber ganz ehrlich, kann man halt auch nehmen. Gold ist gut. 14 Minuten dahin. Warum willst du dahin? Das ist doch faktisch. Mach doch hier oben bitte. Na ja, macht er ja immer nur erstmal die nahen Gebiete, außer da ist irgendeine Luxusressource. Das müssen wir auf jeden Fall noch freischoppen. Werden wir auch wieder kaufen müssen. Ich brauche die Bombarden, bin mir jetzt nicht sicher, wie viel genau ich brauche. Aber ich schätze mal schon, so meine 1000 oder sowas, werden da schon nötig sein, dass ich da nicht unbedingt einfach so mit 100 oder sowas zurechnen kann. Wo ist denn dieser Schwerspielbeträger hin? Der verfolgt mich hier doch immer. Das Bombarden kann einfach schon kaputt machen, weil der Typ mich hier bis zu Unkenntlichkeit verfolgt. Soll ich gleich mal suchen gehen. Boah, soll ja unser Nachteil nicht sein. Wir müssen ja nur einen Kill hier kriegen mit dem Ding. Mehr brauchen wir nicht. Ja, und jetzt müssen wir einen Apfel beißen, das auf jeden Fall kaufen. Und ja, wir müssen ja erstmal shoppen, bevor wir das nehmen. Das müsste aber... Ach nein, jetzt war das blöde Monument, war noch da drin. Eieieiei, das ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe, dass wir das da reingesteckt kriegen. Noch nicht sicher. Ich hoffe mal, dass der Überfluss da reingeht. Müsste aber eigentlich auch, oder? Müsste. Dann gehe ich mit meiner Spezialeinheit einmal nach hier unten und halte das da einmal in Sicherheit, dass wir da nicht irgendwie noch Ärger kriegen vom Deutschen, weil der will bisher keine Freundschaft mit uns. Aber verdammt... Oh, doch, jetzt ist er. Okay, wir sind Freunde. Sehr gut. Das heißt auch, dann können wir jetzt bald mit den Quick Deals anfangen, wenn wir unsere Luxusgüter endlich haben. Sehr wichtige Sache, weil ihr könnt damit ordentlich Geld scheffeln. Und er weiß dann leider nicht, was auf ihn zukommt, wenn ich dann mein Geld gescheffelt habe, denn dann ist er dran. So, jetzt haben wir den wunderschönen Campus auch fertig. Ich weiß nicht, wo dieser Speckcamp vorhin gelaufen ist. Ich kann auch mit meinem Ding jetzt nicht einfach da reinlaufen. Der ist echt weg. Wo ist dieser Speckcamp dahin? Was ist hier passiert? Irgendwas läuft hier schief, Leute. Wo ist der hin? Hier war ein Speckcamp, der mich verfolgt hat. Der ist einfach weg. Das kann natürlich sein, dass der irgendwie hier rumgegangen ist, weil meine Stadt zuläuft. Das ist halt extrem merkwürdig. Ich brauche einen Kill, Leute, damit das Ganze ins Rollen kommt. Ich will eigentlich schon Richtung Bombarden unterwegs sein mittlerweile. Da habe ich auch Dino gefunden. Die ist direkt hier oben. Ist natürlich ein sehr unwegsames Gelände, aber das wäre halt schon sehr cool. Händler, nicht Handwerker, Händler dahin schicken, damit wir da schnell rankommen mit den Straßen. Und dann könnten wir die schon direkt mal einnehmen, würde ich sagen. Oh, ich habe ihn gefunden. Hallo, mein Freund. Was machst du da oben, verdammt? Der ist jetzt hoffentlich nicht auf den Hügel, ne, zum Glück nicht. Das wäre nämlich sonst ein bisschen nervig. Ja, wir können jetzt auch mal hier das rausholen, habe ich jetzt noch lange nicht tun können. Und können hier ein bisschen mal Produktion reingeben, natürlich. Wunder, momentan nicht so meine Priorität. Wir haben ja jetzt unsere zwei Megadistrikte. Das ist schon ein sehr starker Vorteil. Darauf sollte man es einfach ein bisschen ausruhen, frühes Reich erforschen und dann Siedler erstmal rausholen, um hier das Gebiet komplett einzuverleiben. Ich könnte jetzt auch schon mal einen Siedler bauen. Ich würde aber sagen, erst mal ein Monument nehme ich noch mit. Wir haben übrigens keinen Herkules bekommen. Ich meine, für die Stadt ist es jetzt nicht schlimm. Wir können alles. Aber ihr wisst, Herkules ist halt einfach der Gottkönig unter den Helden. Sonst haben wir Himiko, die ist natürlich sehr cool, um Stadtstarten einzunehmen. Würde ich dann vielleicht auch noch danach einfach erstmal nehmen, damit wir schon mal einen Helden haben. So, Sperrkämpfer. Hast du dich endlich da hingelegt? Wunderbar. Da haben wir unsere Bogenschützen fertig. Und damit können wir dann auch mal hier Richtung den nächsten Tags gehen. Wir brauchen drei Bogenschützen. Upgraden und zwei bauen. Und dann sind wir damit auch durch. Dann brauchen wir die Armbruchschützen wiederum. Aber das sollte ja relativ gut funktionieren. Jetzt steht da nicht noch mehr. Hier wollen wir uns natürlich auch irgendwo noch hinsiedeln. Mein Gott, sprechen muss man können. Das ist ein sehr starkes Teil. Die Kultur können wir auch echt gut gebrauchen. Da sind wir ein bisschen hinten dran. Also außer wir bauen jetzt gleich die Plantagen. Aber dafür müssen wir erstmal dieses Gebiet hier unten wieder nehmen. Da warte ich noch auf den Handwerker. Also alles so ein bisschen wenn, dann haben wir es. Aber das dauert noch was. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass wir die Spezialeinheit doch schon gebaut haben. Jetzt haben wir nämlich viel zu viele Ära-Punkte. Ich habe jetzt auch Maui genommen statt Himiko. Und da habe ich auch gerade gedacht, scheiße, warum hast du das getan? Wir brauchen ja eigentlich die Punkte für das nächste Alter. Wir wollen ja weiterhin ein goldenes Zeitalter haben. Damit wir halt Monumentalismus weiter benötigen können. Ich überlege auch noch immer, was ich hier nehme. Ich wollte eigentlich hier gerne den Vampirsins haben. Aber der ist nicht aufgetaucht. Das ist ja manchmal so ein bisschen das Glitchy-Problem, sage ich mal, beim Spiel. Dass das nicht immer so auftaucht, wie man sich das gerne vorstellen würde. Finde ich sehr ärgerlich. Wir müssen auch noch die drei Minen bauen. Dann können wir auch Industriebezirke übrigens bauen. Wäre auch nicht verkehrt. Der Siedler ist ja immer nur die Sache. Ich würde eigentlich gerne aufs frühe Reich. Da dauert noch sechs Runden. Wir haben halt überhaupt keine Kultur. Das heißt, ich werde da auch jetzt erstmal einen Handwerker bauen müssen. Auch wenn ich da nicht super glücklich mit bin. Und wir können natürlich Pingala nehmen, weil Pingala halt immer gut ist. Das ist auch nicht schlecht. Hier würden wir auch langfristig shoppen müssen. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall nochmal tauschen. Wir könnten das noch aufschieben. Wobei dieser Wirtschaftsplatz halt einfach gut ist. Das ist auch natürlich gut, weil wir da einfach mehr Punkte kriegen. Das können wir nicht nehmen. Das ist einfach unmöglich. Ich habe eine Bewässerung. Da haben wir jetzt unten das Gebiet eingenommen. Muss ich wieder bezahlen, leider. Und jetzt können wir noch Pallgum bauen. Unsere besondere Wassermühle ist auch sehr wichtig, weil wir brauchen mehr Produktion. Das ist sowieso immer, ist ja klar. Aber auch den Wohnraum in unserer Hauptstadt. Das heißt, wir würden da jetzt einmal auf Pallgum gehen. Ich kriege nämlich auch wieder einen Heurika und dann wieder eine gute Vorschung. Ich meine, das war, ach Gott, hier, ich weiß es nicht mehr. Aber immer was Wichtiges, ich weiß es noch. In meiner Strategie, man vergisst es auch gerne mal. Das war jetzt nicht überessentiell, aber ja, auf jeden Fall sinnvoll. Und wir müssen nochmal die drei Bogenschützen bauen, damit wir natürlich den ganzen Push auch hinkriegen. Das ist auch mein Handwerker hier. Das heißt, jetzt geht es los mit den Plantagen. Das müsste uns nochmal ordentlich Kultur dazu geben. Ich würde eigentlich mal jetzt in der Oms spähen und mal gucken, was so Dido kann. Denn ich glaube, Dido können wir relativ gut dann weghauen als erstes. Solange der hier unser Freund ist, würde ich auch erstmal eine Allianz einfach mit ihm nehmen. Nachher den natürlich absolut betrügen, ist ja klar. Da braucht man nicht dran zu denken, dass ich das lange behalten würde. Das ist logisch. Ein bisschen Heurika noch mitnehmen. Zwei Runden, dann fangen wir auch an mit den Siedlern dann in den beiden Städten. Also Pallgum würde ich vielleicht noch vorher bauen, um das einfach mitzuhaben. Maury macht weiterhin fleißig Ressourcen. Ich hoffe, dass wir die Stadt noch ein bisschen aufwerten können. Und dann werden wir uns hier den ganzen Norden einnehmen. Ich hoffe, dass Dido jetzt nicht hier übers Wasser kommt. Okay, das ist super glücklich gewesen. Wir haben Eisenmine, da wusste ich natürlich nicht, haben wir exakt gebaut. Das heißt, wir haben jetzt auch Eisen verarbeitet. Wir könnten jetzt schon in den Krieg gehen, in dem wir mit Schwerkämpfern Vollgas geben. Wir sind aber nicht mal in der Klassik. Man müsste überlegen. In einer Runde zwar. Aber trotzdem, das ist schon sehr stark, weil wir da genau die Mine, also durch reinen Zufall, hingebaut haben. Das ist schon sehr, sehr cool. Ist aber nicht das, worauf wir gehen. Aber kann man schon mal machen. Bronzeverteile habe ich halt hart geforscht, weil die Barbar habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Da führte kein Weg dran vorbei. Dieses Baut eine Ressource ab, müssen wir nochmal schauen. Baut einen Steinbruch, würde ich hier versuchen zu kriegen. Ja, zwei Galera werden wir niemals bekommen. Weide ist auch die andere Frage. Aber das müssten wir, wenn wir hier die Stadt nach oben schicken, eigentlich schon hinbekommen. Von daher passt das. Quick Deals hilft uns natürlich immer dabei, schön die ganzen Sachen hier auszunutzen. Zum Beispiel hier, 14 Gold für offene Grenzen. Warum nicht? Einen Tabak würde ich noch ungärmeckigen, wobei 14 Gold ist schon echt saftig. Ich sage, komm. Einfach auf die unglückliche Bevölkerung. Wir interessiert da schon als grausamer Hammurabi. Mein Gott, wieso komme ich denn? Ich wollte gerade Handibal sagen. Ihr wisst, was ich meine. Und da sind wir in der Klassik mit dem Golden Zeitalter. Und wie gesagt, Monumentalität ist ein absolutes Muss. In meinen Augen gibt es eigentlich nichts Besseres. Kann man natürlich immer sehen und darüber streiten. Auch guckt euch das an. Ich kann für 115 Siedler kaufen. Jetzt habe ich natürlich einen großen Fehler gemacht, den ich ziemlich dumm wieder mal begangen habe. Ich habe eine Runde zu Frieden Magnus gewechselt. Da will ich ja nicht so ein Neuladen, ne? Ganz ehrlich. Weil jetzt kann ich mir den noch nicht kaufen. Aber gut, ich würde hier jetzt aus der Stadt eh so ein bisschen Siedlerproduktion machen. Ich will hier auf dem Taspalikum noch bauen. Trotzdem ärgert mich natürlich. Als hätte man schon mal einen Siedler beulern können und den schon mal rüberschicken können. So können wir das jetzt erstmal nicht. Naja, gut, Anfängerfehler. Sowas sollte man immer vermeiden, kann ich euch nur sagen. Denn das kommt nicht immer so gut. Oh, Elefanten. Das ist cool. Die nehmen wir doch gerne mit. Natürlich bin mir wieder eingefallen, Sägewerk war das einfach, was eine sehr gute Modernisierung ist. Die können wir auf jeden Fall mal nutzen. Zwischen hier jetzt ein Sägewerk hinpumpen. Wäre gar nicht so schlecht. Wir warten aber hier auf dem Markt, dass wir auf jeden Fall hier oben den Dschungel abholzen können. Sägewerke sind aber generell auch gut, wenn wir dadurch einen Boost kriegen. Das heißt, es wäre auch eine Möglichkeit hier zu sagen, wir nehmen erstmal keinen Shop. Aber ich würde mitnehmen, um den Siedler noch rauszupumpen. Dann hoffen wir, dass wir zwei Siedler hier raushauen können. Dann sind wir eigentlich schon mal sehr gut dabei. Hier können wir natürlich auch nochmal einen Siedler bauen. Das ist doch fast gar nichts mehr. Das ist absolut möglich. Wir haben hier noch ein bisschen Housing. Ich will natürlich auf die 7 noch kommen, um halt das Lager noch zu bauen. Damit wir da auch noch stärker werden. Regierungsbezirk wäre auch noch gut. Aber es ist halt alles so ein bisschen eng. Deswegen müssen wir erstmal ein paar Splette pumpen, wo wir jetzt irgendwas anderes planen. Und wir müssen mal die neue Regierungsform finden. Die ist allerdings hier hinten versteckt. Genau. Da brauchen wir eigentlich Wunder für. Wunder könnte man nur in zwölf Runden bauen. Das wäre mir viel zu spät. Und es ist halt leider das Problem, dass es so ärgerlich eng ist hier in unserer Hauptstadt. Deswegen nicht so gut. Wir haben auch Ausbildungen. Es gibt uns erstmal Minen plus einen Produktion. Ihr seht schon oben das Eisen hier. Ehrlich. Also wirklich, ich liebe Hammurabi. Macht einfach richtig Bock. Ja, wir können auch Industriebezirke bauen. Das ist auch. Denkt dran. Erster gibt uns direkt eine Werkstatt dazu, was auch sehr mächtig ist. Das dürfen wir auch nie vergessen. Wir haben noch immer zu wenig Amenities hier. Aber wir haben hier, wie ihr sehen könnt, einige Luxressorten, die wir noch eröffnen können. Allerdings hat es in Deutschland auch schon mal ordentlich vorwärts zettelt. Das heißt, wir müssten eigentlich auch das hier kaufen. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, dass wir das jetzt extra machen müssen. Fällt mir nicht ganz so gut. Er hat Dido auch übrigens die Pyramiden gebaut und zwei Kampus. Also Kampi-Distrikte. Kampus? Naja. Ihr wisst schon, was ich meine gebaut. Das sollten wir uns auch natürlich einverleiben, wenn es dann soweit ist. Aber wir werden erstmal die Siedlerwelle hier machen. Und danach kommen dann die Bogenschützen. Und danach kommen dann die Armusschützen. Die kann man natürlich auch am besten werden, die zu kaufen. Ist aber eben nicht so günstig. Jetzt nehmen wir erstmal hier noch einen Siedler mit Glauben. Die müssen wir uns jetzt auf die lange Weltreise nach hier oben schicken. Denn hier unten ist, wie gesagt, nur Wüste. Oder halt hier ganz unten. Lassen wir mal ein bisschen zu weit ab vom Schuss. Und unser Mau geht jetzt nur noch erkunden. Der ist eigentlich so weit durch. Der hat seine Ladung abgegeben. Wir haben unseren großen Propheten. Wir sind da relativ gut vorangekommen. Wir haben Wohrn schon einigermaßen eingeholt. Also hier ist das A von Dido wieder. Dido will ich auf jeden Fall umbringen. Da habe ich schon Bock drauf. Und wir können hier unseren Landsknecht bauen. Ihr seht, unsere Ressourcen und Forschung und Kultur sind natürlich erbärmlich. Aber halt durch die Heurekas werden wir da immer mehr bekommen. Können wir so ein Landsknecht bauen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben einen Heureka durch Schwerzkämpfer. Da bin ich ja immer ganz raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mit Landsknecht gibt es sowas nicht, weil die im Nachhinein erst eingekommen sind. Das bringen die jetzt nicht ganz so viel. Aber wir haben zumindest schon mal eine recht starke Einheit. Damit sind wir auf jeden Fall nichts, was man einfach so mal nebenbei umklatschen könnte. Was ich ganz gut finde. Dann gründen wir gleich unsere Religion. Ihr seht, Siedler, Siedler, Siedler. Wir werden hier noch einen kaufen mit Glauben. Das ist gar nicht so teuer. 235. Hier ziehen wir ja keine Bevölkerung ab. Das heißt, wir haben hier einmal eine zwar verloren in so einer Hauptstadt, aber das sollte eigentlich passen. Wir müssen allerdings hier jetzt auch mal mit Distrikten dann langsam anfangen, damit das Ganze mal stabilisiert wird. Vor allem, wir haben ja einen Handelsdistrikt sehr wichtig. Den haben wir jetzt noch nicht gehabt, weil wir haben noch keine Handelsroute erschaffen tatsächlich. Weil wir noch nicht mal hier, wie heißt das nochmal, den ersten Traitor im Außenhandel, weil eben dieses Chaos hier so ein bisschen besteht. Könnte da jetzt auch drauf gehen und dann sagen, komm, machen wir da nachgewöhnliche Philosophie. Das ist natürlich ein bisschen lange hin dann bis zu unserer neuen Regierung. Aber das liegt halt ein bisschen an diesem Chaos mit Forschung und Ausrichtung. Jo, und wir gründen den Heurikismus mit der wunderschönen Schildkröte. Machen Arbeitsethik für mehr Produktionen, in unserer Hauptstadt vor allen Dingen jetzt. Und Kreuzzug ist ein bisschen schwer. Ich glaube, das gehe ich meistens nicht hin. Versuch's aber. An so Kampfeinheiten kriegen 10 Kampfstänke, wenn wir in einer fremden Stadt kämpfen, die meine Religion, also die Heurikismus haben. Was halt sehr cool war. Da könnte man auch eigentlich so eine Stadtstadt mal einfach mal wegklatschen. Wobei ich eigentlich lieber die Computerspieler rumhauen würde. Aber ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Nehmen wir mal so mit. Gibt uns auch wieder schöne Zeitleiterpunkte. Ich liebe diese Schildkröte hier. Perfekt. Wo habe ich eigentlich den gefärbten Zeitalter? Moment, da habe ich auch nicht drin als Mortupola. Das muss ich vielleicht nochmal ändern. Aber ist jetzt nicht so ganz so wild fürs Let's Play. So, Runde 58. Wir haben unseren nächsten Schritt durch die Ambroschützen. Jetzt müssen wir zwei Ambroschützen bauen, um halt die Bombarden freizuschalten. Dann kann es eigentlich schon losgehen. Problem ist, es kostet natürlich extrem viel. Das heißt jetzt, das ist einfach zu rushen. Bringt uns noch nicht so viel, weil wir halt einfach zu viel bezahlen würden, um die zu bauen. Ihr seht aber, wir haben jetzt durch die Produktion von unserem Schrein nochmal ordentlich was dazu bekommen, was sehr gut ist. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen ausbauen. Die Garten sind halt immer da, ne? Noch ein bisschen ausbauen. Und dann werden wir schauen, dass wir da halt hingehen. Die Ambroschützen sind da eh jetzt schon saustark. Also wir könnten damit schon hinhauen. Problem ist, auch die Duo anzugreifen ist tatsächlich schwer, weil diese blöden Stadtstädten daneben sind. Selbst wenn ich die jetzt als Verbündete hätte, wie hier, wäre ja es durchaus möglich. Dann werden wir da einfach so schwer dran vorbeikommen. Ich brauche dringend diesen blöden Handel auch. Ja, ich sage die ganze Zeit blöd. Das ist schon richtig. Passt so. Ja, und ich wäre vorstelle einfach was, was niemals passieren würde. Wie mit einem Sperrkämpfer was töten, wenn wir halt niemals haben. Aber ja, zwei Ambroschützen, dann sind wir eigentlich schon da, wo wir hinwollten. Und jetzt sind natürlich eh schon sehr weit technisch gesehen. Und wir gründen jetzt unsere weiteren neuen Städte, damit wir hier unten auch mal ein bisschen Power dazu bekommen. Das ist schon auf jeden Fall nötig. Und ja, auch irgendwann natürlich mal ein bisschen auf die ganzen Distrikte hier gehen. Das wäre auch eine ganz coole Geschichte. Und das ist, warum ich meine, dass wir auf jeden Fall auch große Wissenschaftler brauchen. Mathematik, Navigation und Maschinen. Wir machen alles drei noch nicht. Das heißt, die gehören uns ins Wind. Was extrem stark ist. Und seltsam, genau. Das auch noch. Bildungswesen kriegen wir auch noch mal schön. Trink mal Universitäten bereitgestellt. Ich liebe Hammurabi. Einfach, das macht richtig Bock. Und wenn wir das noch kriegen, kriegen wir noch mal drei Forschungen dazu. Was natürlich einfach nur absolut pervers ist. Also wirklich, das ist richtig fies. Wir werden noch eine Stadt hier oben gründen. Und dann sind wir eigentlich erstmal so ein bisschen mit Städten durch. Das sind natürlich dann nur fünf, in Anführungszeichen. Aber wir werden halt vielleicht mal irgendwann noch eine hier kaufen und bauen. Erstmal geht es mir jetzt darum, dass wir uns so ein bisschen auf die neuen Runden noch ein bisschen auf die ganze Geschichte vorbereiten. Ich würde auch hier gerne noch einen Helden haben. Aber ihr seht, wie lange das immer dauert. Das ist schon immer so ein bisschen ekelhaft. So, lassen wir uns einmal noch mal platzen hier. Zack. Astronomische Navigation. Boom. Maschinenbau. Mathematik. Exzellent. Natürlich drei Forschungen dazu zu bekommen, einen so eine große Persönlichkeit aufzugeben. Das ist perfekt. Jetzt stehen wir hier vor Baden-da-Brunay und müssen das eigentlich ein bisschen einsacken, damit wir da hinterher kommen. Nervig. So, wie ihr seht, wir sind einige Runden weiter. Ich habe noch nicht den Klick gemacht. Der kommt erst noch, wenn wir hier auf die Söldner-Ausrichtung kommen. Söldner ist leider extrem weit nach hinten gerutscht, was richtig problematisch ist. Ziemlich doof. Wir sollten halt mal viel gebrauchen können. Das Heurika oder Inspiration habe ich. Wir brauchen halt eigentlich diesen Nachlass, weil das sonst viel zu teuer sein wird. Wir kommen halt nicht an das Geld so schnell, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich meine, wir können auch immer alles hier verkaufen. Das nicht, aber wir würden uns halt die do verkaufen, die, ja, die ist, die ich eigentlich am SS angreifen will. Von daher, irgendwie ein bisschen schwierig. Aber das wäre jetzt die Idee. Oder wir machen es halt einfach. Das können wir auch machen. Wir haben genug Geld. Wir können einfach schon, wir können ja schon mal den Klick machen. Dann könnt ihr schon mal sehen, was ich meine. Obwohl ich noch einen Katapult dann noch schnell hier anbauen muss. Ist aber angebaut. Und ich weiß nicht, ob das dann umgewandelt wird, ist die Sache. Wir müssen erstmal kurz, da ist eine Katapult anbauen, nochmal drei Bombarden. Und ja, diese blöden Stadtstätten geben mir halt wirklich auf die Nerven. Und die sind so nervig daneben. Und ihr seht, dass der Lautaro natürlich absolut abgeht. Das heißt, das wird jetzt schwierig, den noch irgendwie wegzutaschen, weil der natürlich auch im Weizen weg ist. Der ist halt hier ganz hinten. Und der hat jetzt auch keinerlei Druck von irgendjemandem. Eigentlich müssten wir den zuerst angreifen, aber auch natürlich leichter gesagt als getan. Sonst warten hier schon die ganzen Sachen, Upgrade zu werden, nachher zu Pike und Shot. Sodass wir da auch wirklich massiven, starken Angriff leisten können. Aber wir müssen halt durch Bandabunei gehen. Das ist ziemlich nervig. Ich kann die schon hier nicht mehr zum Souterrain machen, sodass der Deutsche nicht mehr hat. Aber das wird mir jetzt auch nicht so viel bringen. Ich würde natürlich hier versuchen, irgendwie die Religion noch zu verbreiten. Aber ihr seht, dass der Deutsche die schon ordentlich konvertiert. Was natürlich auch ziemlich ärgerlich ist. Oho, wir konnten es jetzt doch noch schaffen, Bandabunei zu nehmen. Und wir kriegen Herkules. Verdammt, ich habe schon Anansi geholt. Wer uns jetzt zwar gut im Forschungbuch sitzt, aber Herkules kennt er einfach. Es ist halt einfach Gott, ne? Wo Herkules hier zu bauen, ist auch fluchteuer. Naja, gut. Werden wir langfristig natürlich machen, falls er nicht schon geclaimt wird. Bei Herkules ist einfach, wie gesagt, das Beste ist, was man kriegen kann. Und da müssen wir jetzt wirklich dann hier durchgehen durch Bandabunei. Jetzt haben wir es nämlich. Wir können jetzt hier auch lang gehen. Ich weiß nicht, können wir uns da upgraden? Oh Gott, das ist schon so lange her. Vielleicht das mal gemacht habe im Stadtstart, in dem ich verbündet bin, abzugraden. Und ich hoffe es mal. Jo, klappt auf jeden Fall. Das ist schon mal exzellent. Dann schicken wir jetzt unsere ganze Armee nach vorne. Das wird natürlich so geschaffelt durch diese blöden Berge, die wir haben. Aber dann können wir es zumindest schaffen, hier durch Bandabunei zu gehen und dann Tyrus anzugreifen. Ihr seht, ich bin hier schon, aber der Deutsche ist halt zu massiv dabei. Da müsste ich halt alles ausgeben. Ich würde eigentlich noch einen Siedlerbaum. So für 320, damit wir hier noch eine Stadt hinsetzen können. Aber wir müssen halt langsam aus Lautaro. Ich glaube, das wird tatsächlich noch ein Endgame-Krieg werden, leider mit Lautaro. So, dass wir da noch eine andere Strategie fahren müssen. Gut war es natürlich die Death-Robots, aber es muss eigentlich auch anders irgendwie möglich sein. Und die Forschung ist auch gerade die Frage, was man da macht. Meistens ist irgendwie nicht so relevant für uns gerade. So, jetzt können wir es machen. Und jetzt haben wir Metallguss, Bombarde und Moskiten-Pikini. Das heißt, wir können jetzt theoretisch alle upgraden. Aber ne, stimmt, das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Müssen wir noch leider nochmal ein Upgrade fahren für Tribouchés. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das heißt, wir müssen hier ein Aquaduct bauen oder eben durchforschen. Kingen wir beides eigentlich hin. Aber hier will ich eigentlich kein Aquaduct mehr hinquetschen. Das müsste man dann, wenn er hier machen, dass wir das noch irgendwo hier hinhocken. Bisschen ärgerlich, dass wir da auch noch drauf warten müssen. Aber ich habe vergessen, dass es jetzt die Landsknechte ja gibt. Deswegen, wenn wir diese Zwischenstufe ja noch haben. Ihn konnte ich eigentlich auch mal upgraden. Jetzt irgendwie gar nicht mehr. Weiß nicht, woran das jetzt genau liegt. Oder hat er mir weniger geklaut? Ne, ich bin noch Césarien. Habe ich mir jetzt, oh. Habe ich jetzt getan. Ich habe irgendjemanden weggeschickt. Und die kann ich noch upgraden. Ihn irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der jetzt obsolet geworden ist. Wäre er sich unglücklich. Oder ich habe den schon bewegt. Kann auch sein. Wahrscheinlich einfach nur bewegt. Ja, und während ich hier so vor mich hinfahre, hat Dido tatsächlich Friedrich den Krieg erklärt. Kann ich auch verstehen. Der quetscht hier auch ziemlich ein. Der quetscht uns alle ziemlich ein. Aber ja, das ist gar nicht schlecht für uns. Also wir wollten mal eh machen. Aber sind jetzt eigentlich noch nicht so bereit, das jetzt zu tun. Dann haben sie uns jetzt einen guten Boost gegeben. Das heißt, wir sind schon in Richtung Söldner unterwegs. Allerdings brauchen wir es noch. Weil das Geld ist immer noch ein bisschen knapp. Und das müssen wir auf jeden Fall haben, bevor wir da irgendwie loslegen können. Deswegen müssen wir noch ein paar Runden machen. So, wir sind soweit. Jetzt fehlt uns noch eins zum Glück. Salpeter. Das habe ich natürlich auch überhaupt nicht daran gedacht, dass ich das brauche. Hätte ich also auch Tiefgeluft geben müssen. Und ihr seht, Anfänger bei so kriegerischen Sachen habe ich komplett verdrängt. Also wir können es reduzieren. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 10 und 165. Also das geht schon ganz gut. Wir können auch hier unsere ersten Piken Shots ausbilden. Das geht auch relativ günstig. Problem ist, ich hatte auch gedacht, zum Beispiel, dass ich die Landsknechte auch eben upgraden könnte zu den Piken Shots. Was leider auch nicht stimmt. Bisschen ärgerlich. Ich werde jetzt hier mit meinem Siedler tatsächlich so eine Notfallstadt hier oben bauen. Dass wir hier oben dann auch irgendwie Salpeter bekommen. Wir haben auch, ah, hier haben wir auch noch Salpeter. Das ist ja exzellent. Müssen wir leider schon wieder Geld ausgeben. Und unseren letzten Glauben. Das heißt, mit Bekehren wirkt auf jeden Fall nichts. Sehr, sehr blöd. Aber gut. Können wir jetzt auch nicht viel dran machen, um ehrlich zu sein. Von daher werden wir das schon überleben. Was wir noch machen könnten und gucken könnten, werden wir natürlich nachher hier so Stadt starten. Das ist ja ganz nett, aber auch nicht das, was wir unbedingt brauchen. Also mit dem Geld ist schon das Beste. Sollten wir erst mal so behalten tatsächlich. Boah, pure Hölle hier hochzukommen. Er steht da auch mit seinem blöden Handwerker da im Weg. Das heißt, wir müssen jetzt echt übers Wasser gehen, glaube ich. Das gucken wir hier gar nicht voran. Das ist ja unfassbar schlicht. So, unsere erste Bombarde. Zack, da haben wir sie. Das ist natürlich schon mal Gold wert. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir in diese absolut schreckliche Stadt dahin kommen. Das wäre schon mal wichtig. Wir kriegen da auf jeden Fall genug Damage-Chance. Die können uns eigentlich nichts machen. Das ist kein Problem. Lautaro ist eher das Problem. Der wirkt uns nämlich sehr ärgern. Ich gehe hier auf das Ding hochnehmen. Oh, das ist natürlich exzellent für uns. Lautaro wirkt uns das Problem sein. Der Rest hier, das sollte überhaupt kein Problem sein. Ihr seht schon, wir können die einfach überrennen. Das ist nicht so das Ding. Weil wir halt einfach mächtiger sind. Deutlich mächtiger. Problem ist halt erstmal, diese Einheit geht mir so auf den Nerv. Das kann sich keiner vorstellen. Also die würde ich am liebsten einfach verbrennen. Und wir haben halt erstmal nur eine Bombarde. Ja, und halt Lautaro müssen wir irgendwie noch beseitigen. Guckt euch das. Das ist ja für Statsat mittlerweile. Das ist nicht mehr feierlich. Und ich meine, militärisch ist der natürlich, ihr seht unsere Militär-Score mittlerweile, natürlich komplett abgeschlagen. Das ist klar. Oh Leute, ey. Da ist man echt froh, dass man schneidet. Das ist ja so ein unspektakulärer Kampf. Das ist einfach nur Schaffling über ein Gebiet. Guckt euch das an, wo diese Stadt liegt. Das ist purer Horror, wirklich. Ich habe mir so einen epischen Moment mit toller Musik hinterher vorgestellt. Aber nope. Bis die Bombarde da ist, gehen noch zehn Runden ins Spiel. Es ist... Ich sage mal... Naja. Stellt euch einfach die spannende Musik vor. Und ja. Dann wisst ihr, alles geht hier ab und so weiter. Wir werden natürlich hier versuchen, uns zu heilen. Und irgendwie dann irgendwann vielleicht mal die Bombarde nach vorne zu bringen. Das kann sich ja nur noch um ein paar Stunden dauern. Äh, handeln. Ihr seht, wo sie ist. Ich hätte eine Handelsroute vorher machen sollen. Ist das grausam. So, wir haben es geschafft. Wir sind da. Guckt die Bombarde an. Jetzt gibt es Ärger. Boom. Das sollte jetzt relativ zügig gehen. Wohne natürlich nur 200.000 Mal vorher bombardiert. Überhaupt nicht nervig. Gar nicht, gar nicht. Werden hier weiterhin plündern. Problem ist halt, wir wollen jetzt nicht von beiden Städten beschossen werden. Vor allem nicht mit Armbrütsschützen. Die sind jetzt nicht gerade das Allerstärkste, was es gibt. Ja, und ansonsten haben wir hier ein bisschen Barbarenplage auf der anderen Seite. Und die ein bisschen lässig ist. Ähm, ja. Aber wir werden jetzt Tyrus einnehmen. Das ist schon mal sehr gut. Das sind halt echt, die hat auch grausame Stachpositionen. Also diese Stachposition, da hätte ich ja sofort neu geladen. Ey, Halleluja, was ist das denn, ey? Also, kann sie nicht. Sie ist ein komputischer Spieler. Das ist mir schon klar. Aber ihr versteht, was ich meine, glaube ich. So, und jetzt müsste Tyrus fallen. Erstmal werden wir schon mal nicht mehr bombardiert. Das ist schon mal ganz wichtig. Bats und Bats. Dann nicht ganz, glaube ich. Obwohl, doch. Yo. Dann haben wir Tyrus, die Pyramiden und ein Campus, was zerstört ist. Aber egal. Die behalten wir natürlich. Warum sollten wir sie auch jemals abgeben? Und damit haben wir die erste Hauptstadt schon mal. Was schon mal eine ganz coole Geschichte ist. Wir plündern hier eiskalt weiter, um die Forschung voranzubringen. Denn zwei Hefen werden wir niemals bauen. Ja, das war jetzt relativ simpel. Das Problem, wie gesagt, guckt euch die meisten Lautaro an. Und unsere Werte und Lautaros Werte. Das ist, ja, sag ich mal spannend, würde ich es mal behaupten. Also das wird eine harte Nummer werden, glaube ich. Das noch in irgendeiner Weise zu reißen. Vor allem, weil ich nicht mehr überhaupt nicht, wo der Typ ist. Er wird ja hier komplett alleine sein. Hinter den anderen. Das heißt, wir müssen nochmal durch die ganze Sache hier durchziehen. Ich würde sagen, wir müssen Deutschland als letztes kaputt machen. Oder wir werden sehen, dass wir überhaupt keine Chance gegen Lautaro haben. Dann müssen wir halt erstmal den Deutschen killen und dann an Lautaro rangehen. Weil das ist jetzt irgendwie nicht die besten Optionen. Aber gut, viel machen können wir da jetzt nicht dran. Außer unsere Bombarden weiter durch diesen miesen Dschungel hier durchzuschicken. Und hoffen, dass wir dahinter dann direkt an Lautaro rankommen. Aber der sieht halt ja aus, wenn er eher neben mir wäre. Aber gut. Und das werden wir sehen. Sonst müssen wir über das Wasser gehen. So, jetzt morden wir noch Sidon. Und dann den Rest zeige ich euch dann nicht mehr. Sidon ist es dann vorbei. Das war keine Drohung. Der hat aber auch echt ein schreckliches Gelände hier. Ja, und danach wird Wasser sein. Dann müssen wir irgendwie einen Wasserkampf rüberbringen. Lautaro, das wird tatsächlich sehr, sehr nervig werden. Mal schauen, dass wir unsere Armbruchschützen hier noch retten können. Sollte aber auch kein Problem darstellen. Das greife ich lieber an. Hm. Ah ja, übrigens, wir haben noch einen Key-Tag, den ich noch haben müsste. Und zwar wäre das erstmal Luftfahrt. Und zwar aus dem Grund, das wissen die Experten durch ja sicherlich. Weil wir dann einen Ballon bauen können. Dieser Ballon erhöht die Reichweite von unserem Belagen. Das Problem ist, wir brauchen ein Wunder des Industriezeitalters oder später. Das ist schon hart. Da müssen wir echt schauen, was wir da nehmen könnten. Ich bin mir gerade mal so eingefallen. Nehmen wir den einmal so. Ach, wunderbar, mit einem Ritter eine Einheit klären. Stimmt. Uh, das ist natürlich, ups, wusste ich natürlich. Habe ich überhaupt, habe ich natürlich auf jeden Fall daran gedacht. Nicht schlecht, weil dann können wir die hier nämlich nochmal upgraden, wenn ich das richtig sehe. Ne, die sind irgendwie so eine Sondereinheit. Sehr nervig. Aber wir können zumindest damit jetzt auch dickere Nahkampfeinheiten nochmal bauen, was auch nicht schlecht ist. Ich weiß nicht, ob ich mit dem angreifen soll. Ich habe keinen Bock, jetzt eine Einheit zu verlieren bei so einem Gammelkampf noch. Das wäre irgendwie ziemlich sinnlos. So, und damit fällt auch Sidon. Oder Sidon, wie auch immer. Und das gehört uns. Wir können das auch vernichten, weil wir hier keine Moral haben. Aber ich denke mal, je mehr wir halt einnehmen, desto besser sollte die Moral sein. Wir können auch eigentlich dann nachher mal so einen Kulturpakt mit dem haben. Wir müssen aber auf jeden Fall jetzt weiterziehen, was ein bisschen lästig sein wird. Weil wir in so einer natürlich jetzt ziemlich verletzt sind. Aber wir müssen halt, um die Städte zu halten, auf jeden Fall schauen, dass wir mehr halt einnehmen. Also das heißt, alle Städte, die sie hat, ich weiß nicht, wie viele sie noch hat, mindestens drei, so wie es aussieht. Ich hoffe, das war es dann auch. Also Barbarossa will auf jeden Fall kriegen mit uns. Der hat einfach Banda Brunei, das war mein Start, einfach eingenommen. Also das ist eigentlich gar nicht. Das konnte der auch machen, obwohl wir verbündet sind. Finde ich eine Unverschämtheit, ganz ehrlich. Also es ist wirklich grausam. Also nachdem das abgelaufen ist, werden wir definitiv den erobern. Ich meine, der kann das auch gar nicht halten hier zwischen uns. Das ist eine Unverschämtheit, dass er sich das überhaupt wagt. Also es ist wirklich nur dreist. Dafür muss er auf jeden Fall sterben. Vorher kann er auch noch ein bisschen Seide von uns haben. Aber ansonsten wird er einfach dafür sterben. Das ist ja so unverschämt. Die Reparaturen sind ja grausam, ne? Nur mal so nebenbei. Ansonsten ziehen wir hier langsam weiter Richtung Ainuk. Das müsste das letzte sein. Dann haben wir Dido schon mal gekillt. Das, was wir auch haben wollten. Dann haben wir schon mal die erste ausgelöscht. Bisschen Probleme halt mit Loyalität. Ich hoffe, wenn wir dann eben den Deutschen auch noch haben, dass das dann besser wird. Ist aber ein bisschen schwierig halt einfach mit diesem Lautaro. Das wird uns, glaube ich, noch das Knick brechen. Weil wir einfach so weit wechseln. Gucke ich das an, was er hat. Der hat fast 300. Tua. Und damit war es das. Dido ist zerstört. Wir müssen auf jeden Fall den Deutschen killen. Das geht nicht anders. Wir haben auch zum Glück noch geschafft, kein goldenes, aber ein normales Sightler zu bekommen. Wir sind halt jetzt sehr hinten dran. Dieser Rush ist natürlich immer ein bisschen kostspielig. Ist halt ein bisschen schade. Wir werden auf jeden Fall die Stadt einnehmen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwas halten können davon. Wir müssen in Deutschland einfach schon deswegen umbringen, weil Dido ist Reich. Guckt sich das an. Das ist so ein erbärmlich schlechtes Reich. Und er kann komischerweise, ich weiß nicht wie, Banda Brunei halten, obwohl er hier von all diesen Städten beeinflusst wird. Nur wegen Trier anscheinend. Das ist schon, ja leider sehr grausam für uns, müssen wir ganz offen sagen. Da müssen wir halt auch noch schauen, wie wir damit umgehen. Wie ihr sehen könnt, sind wir einige Runden weiter. Ein Nuuk haben wir schon verloren wieder. Aber wir könnten jetzt Deutschland in der nächsten Runde, glaube ich war es, angreifen. Ja, null Runden. Das ist nächste Runde, wer ist dran. Er ist momentan extrem unter Beschuss hier von Verwarn. Ich glaube, die haben sogar Stadt zerstört oder sowas. Ganz dafür, wenn wir noch Münze hängen, quetscht, ja gut. Das soll uns aber auch nicht weiter stören. Aber wir könnten ihn jetzt gleich in den Krieg, der noch seine Verteidigung sehr schwach, auch wenn er diese nervigen Lager da hat. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch länger warten, ob das sich wirklich lohnt. Oder ob wir lieber voll reingehen sollten, um eben die Schwäche auszunutzen, die wir jetzt haben. Das Problem ist, wir müssen auch ein Nuuk noch einnehmen, weil sonst fällt uns nachher wieder diese Stadt. Warum auch immer. Es ist halt ein bisschen lästig. Er hat auch kein goldenes Zeitalter. Das ist einfach leider der Druck, auch von ein Nuuk. Ich hätte dieses Gestatterrecht zerstören sollen am besten, einfach um da ein bisschen voran zu kommen. Aber ja, das wäre unsere Option. Ohne wir warten halten, dann kriegen wir für Nationalismus, was wir irgendwo hier noch versteckt haben, unseren Boost. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Vielleicht hier hinten. Also muss ja in diesem vier hier sein oder fünf. Und dann können wir uns dann schneller Kurs bilden, was auch eine gute Sache wäre. Aber die Zeit spielt halt gegen uns. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir machen einen Überraschungskrieg, um halt die Schwächen auszunutzen, die hoffentlich durch unsere Bombarden dann aufgerieben wird. Das wäre ganz gut. Allerdings... Ah, wir könnten auch nochmal ein bisschen hier den... Ah, gut, der kann ja gar keinen Schaden machen. Halleluja. Wir könnten trotzdem einfach drauf fahren ein bisschen. Okay, das macht wirklich geil. Also nicht nur sprichwürdig, sondern wirklich einfach gar keinen Schaden. Okay, das ist natürlich interessant. Ähm, unsere Bombarden würden okay Schaden machen. Wir müssen auch erstmal dieses Camp einfach auslöschen. Denn wenn das Camp hier die ganze Zeit mit rumsteht, das ist nicht total nervig, aber die ganze Zeit mit rumsteht, dann werden wir da nicht viele Chancen haben. Mit dem Ritter würde ich natürlich ein bisschen hier angreifen. Problem ist halt dieser blöde Linien-Infanterist. Können das natürlich hier nerven. Sonst kann der Ritter das theoretisch gewinnen. So ist es nicht. Also das kann er schon schaffen. Ich kann auch einfach ihn hier kurz rüber setzen, um dem mal kurz da die ganze Geschichte die Regeln zu lassen. Den brauchen wir jetzt hier vorne eh noch nicht, bis wir die ganze Verteidigung mal runtergesetzt haben. Die Armutschüsse sind natürlich so gut wie nutzlos. Das könnt ihr euch ja denken. Also die, keine Ahnung, kann man eigentlich schon fast ausmustern leider. Dann müssen wir hier einfach schauen, dass wir mit der Linien-Infanterie und mit unseren Panzerabwehrgeschützen, die ja ziemlich stark sind, wie ihr sehen könnt. Ich mache relativ einfach auch durch Hammurabi, wenn wir dann eben diese Verteidigung hoffentlich brechen. So, halt mal ein Nuschen wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich die einfach zerstören soll. Werden wir nicht halten können. Das Loyalitätssystem ist zwar cool, aber auch irgendwie so ätzend, ne? Wir können Phönizier, klar, wir würden jetzt die ganz sicher nochmal befreien, wenn wir die erst Versallen haben könnten. Ich würde die jetzt einfach zerstören, weil die Stadt ist eh kompletter Müll. Die ist einfach nur mehr Druck und mehr Nerv. Das heißt, das müssen wir uns nicht antun. Alle nachher nochmal einen Siedler hinpumpen. So ist das nicht. Das ist kein Problem. Ihr seht auch, ich habe hier unten eine Stadt gegründet. Ich bin hier oben auf dem Weg. Das war ein bisschen hier die ganze Sache claimen. Aber wir können da ja nachher einfach noch einen Siedler hinpacken, damit das auch wirklich sinnvoll ist. Ansonsten bauen wir natürlich weiterhin aus. Wir müssen irgendwie diese 6000 Kultur, die der hat, mal wieder gut zu machen. Ansonsten reparieren wir auch unser Gebiet hier überall, wie es halt nötig ist. Und hoffen, dass er jetzt noch nicht direkt seine massive Verstärkung hier bekommt. 47 ist super. Aber danach wird es halt schwierig in der nächsten Stufe, wenn er so weit ist wie wir. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall einen Krieg erklärt bekommen von Lautaro. Das ist auch abzusehen, weil wir halt einen Verrat begangen haben. Das ist halt der Grund, warum man dann nicht unbedingt in Allianzen eingehen sollte. Damit ist Lautaro jetzt auch im Krieg. Und das Schlimme ist halt, dass ich halt total affig finde, ehrlich gesagt, dass wir minus drei Kampfstärke bekommen. Aber gut, ist halt natürlich irgendwie dieser Mechanismus dahinter. Ja, was soll man tun? Anders geht es halt leider nicht. Das heißt, wir haben jetzt leider auch drei Kampfstärke weniger und können damit noch weniger Schaden machen. Was natürlich ziemlich ätzend ist. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Wie gesagt, unsere Armbussschützen sind eigentlich nur da, um ein bisschen Feuer einzusacken. Mehr können die eigentlich gar nicht mehr. Die sind viel zu schwach mittlerweile. Ansonsten müssen wir hier mit unseren Bombarden vor. Dürfen wir aber hier nicht in den Doppelfeuer stehen lassen. Das wäre ziemlich bitter. Und wir können die Stadt auch nicht belagern, weil es natürlich auch richtig toll findet. Weil hier dieses eine Feld halt Wasser ist. Und das können wir halt nicht belagern mit unseren Nahkampf-Einheiten oder Land-Einheiten. Und ja, ansonsten ziehen wir uns hier erstmal zurück. Und würden schauen, dass wir da jetzt Nürnberg zerquetschen. Bevor er die nächste Stufe erreicht. Kann aber sein, dass wir Fächer haben. Okay, das hat schon mal geklappt. Nürnberg hat noch nicht die Ultra-Verteidigung oder sowas. Deswegen können wir hier einmal Nürnberg uns einsacken. Perfekt. Sollte auch eigentlich machbar sein, dass wir das halten können. Auch wenn mich das jetzt schon wieder stört, dass das anders angegeben ist. Wir brauchen natürlich dringend Nationalismus. Können wir jetzt hier vielleicht mal raus? Ne, 5,5 willst du mich veräppeln? Ey, dieses Spiel, das macht mich halt psychisch fertig. Ja, Lager reparieren wir natürlich hier nochmal ein bisschen besser. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt hier Nürnberg halten, hoffe ich. Und sonst müssen wir uns zerstören und werden jetzt Richtung Marktenburg drüber gehen. Das wäre auch noch ganz wichtig. Mal gucken, ob wir hier irgendwie, naja, können wir aber nicht wirklich, ne? Uns ein bisschen heilen können, können wir hier auf den Feldern natürlich schon machen. Aber, ja, wir würden uns ja erstmal ein bisschen Beschuss geben. Ambrusschützen, wie gesagt, sind leider komplett nutzlos. Wir können auch nicht so leicht auf die Feldgeschütze upgraden, weil uns dafür einfach noch die Ressourcen fehlen. Jetzt wird hier unsere schöne Handelsroute noch geplündert. Sehr unangenehm, wird aber natürlich das Problem sein, wir werden, momentan haben wir noch Geld, aber wir werden natürlich langfristig in Geldnot kommen, das ist ganz klar. Ja, wir sind ein paar Runden weiter. Ich habe tatsächlich hier, was war, Nürnberg zerstören müssen. Na, ging einfach nicht anders. Ich habe mir auch nochmal Anansi geholt, um uns hier endlich mal Nationalismus zu boosten. Denn diesen Nationalismus brauchen wir so dringend, das ist einfach Priorität Nummer eins, damit wir ja die Kors erstellen können. Weil er wird immer stärker, ihr seht schon, Aachen ist schon bei 86. Ich versuche sie gerade so ein bisschen, ja, unterzubattern, aber ist halt schon nicht ohne, sag ich mal. Unsere Panzerabwehrgeschütze sind natürlich recht mächtig, deswegen kommen wir da noch weiter. Aber ihr seht schon, es war also bei Nürnberg wesentlich besser von der Damagequalität. Nürnberg hätten wir einfach nicht halten können. Das gibt mir auch wirklich auf die Nerven, aber was soll man tun, ne? Da ist jetzt nicht viel Auswahl. Und bei Lagern können wir es auch schwierig, weil wir halt keine Wassereinheit da haben. Ich habe dann das Camp noch kaputt gemacht in ein paar Runden, damit wir da halt noch einen Fortschritt erhalten. Anders war da jetzt erstmal nichts möglich, aber jetzt können wir es schön bombardieren. Also das sollte man immer machen, Lager mal schön weg machen. Alles andere ist Schwachsinn. Ich habe da vorher überlegt, das hat nichts zu tun. Habe ich ja auch am Anfang nicht. Das ist halt Unsinn. Immer schön die Lager zerstören. Eine ganz entscheidende Sache. Ja, und dann werden wir Magdeburg auf jeden Fall auch noch kriegen. Problem ist natürlich, Lautaro, ihr seht es halt. Es wird halt immer mehr, es ist halt wirklich ätzend. Werden wir den jetzt hier halt angreifen, wird der uns natürlich irgendwann aufreiben. Ich brauche hier schon mal Panzerabwehrgeschütze. Und mal vielleicht nach hier oben dazu. Ihr habt nicht nirgendwo, es ist so frech, ne? Nirgendwo Steinmauern. Ja, aber das wäre auf jeden Fall jetzt der Plan. Gucken wir mal jetzt, wie Magdeburg fällt, da ich da nochmal reinschalte. Aber da darf man jetzt so viel noch haben, das wird sonst absolut in den Rahmen springen. Müssen wir da so ein bisschen cutten immer. Aber ja, ihr seht, wie die momentane Lage ist. Ich versuche da immer so ein bisschen anzugreifen, aber es wird halt immer härter jetzt, weil der Widerstand schon deutlich stärker. Und ihr seht es halt. Einheiten können jetzt nicht mehr einfach da reinpreschen und dann haben sie einfach gewonnen. Kriegen schon ordentlich Schaden, wenn jetzt gleich was von hinten kommt. Und der wird ja langsam irgendwie auch mal Einheiten bauen. War ja vorher nicht wirklich ein Einheiten-Game, außer so ein Tribouchi oder sowas. Dann haben wir ein Problem. So, dann haben wir auch Magdeburg. Er kommt so hier mit so einem Kürassier. Der hat sich aber schön in meine Panzerabwehrkanone reingesetzt. Von daher können wir den hier mit ein bisschen Verlust crashen. Wir haben auch bald Nationalismus. Aber es dauert halt so verflucht lange, ne? Ich muss hier mit Anansi halt wirklich alles raushauen, damit das mal schneller geht. Weil wir so eine erbärmliche Kultur vor Hunde haben. War schon wirklich sehr schmerz. Tja, und jetzt müssen wir überlegen. Also erstmal kommt er jetzt hier auch mit seinen Kürassieren, der Lautaro. Das ist ja logisch, weil er uns nicht so mag. Aber wir haben halt Panzerabwehrgeschütze. Das ist sein Problem. Wir werden auch hier noch ein zweites Panzerabwehrgeschütz hochbringen, damit wir da einen Call draus machen. Damit das Ganze auch besser funktionieren. Und ja, ansonsten versuche ich hier Heidelberg noch zu gönnen. Aber das kriege ich mit so einem Ritter natürlich überhaupt nicht hin. Das ist eigentlich für die Geschwaffe. Und ihr seht, da ist das erste Feldgeschütz. Und so ein Feldgeschütz kann uns natürlich einfach komplett vernichten. Da müssen wir wirklich jetzt deutlich aufpassen. Wir haben ja leider noch die gammeligen Ambroschützen. Wie sieht es denn mit den Runden aus? Minus 13 würdest du uns also geben. Du würdest uns mit dem nächsten Level erst mehr geben. Ich glaube, 8 geben die sonst. Boah, ist schwierig, ne? Ob wir das halten können. Wenn wir mal Heidelberg bekommen, ja. Aber dafür muss ich mich erstmal heilen. Und das ist das Problem. Die Heilung dauert halt wieder ein paar Runden. Und dann schaffen wir das vielleicht nicht. Und dann muss ich mir noch einen Ambroschützen runterbringen, der sich dann einfach da reinsetzt. Viel mehr sind die Ambroschützen tatsächlich nicht mehr da, als sich irgendwo rein zu hocken. Und dann könnte man es vielleicht schaffen. Aber so eine Feldkanon ist natürlich extrem gefährlich. Gerade Aachen jetzt auch zu erobern, wird noch hart. Und nur nochmal, Lautaro wird halt immer mächtiger. Er ist bei 400 Kultur bald. Er ist halt bald jenseits von jeglichen relevanten Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Das wird halt ein absoluter Grind für mich. Das wird hart dann. So, mit Nationalismus haben wir jetzt unseren ersten Kurs gegründet. Das ist natürlich exzellent. Gerade weil wir dann ordentlich an Stärke gewinnen. Das sollten wir den Deutschen noch voraus haben. Ja, beim... Ich glaube, ehrlich gesagt, bei Lautaro werden wir da wahrscheinlich schon lange hinten dran sein. Aber ja, was sollen wir machen? Das ist eh nicht mehr... Da ist eh nicht mehr viel dran zu tun, sagen wir mal so. Wir könnten sogar tatsächlich den Markenburg halten, wenn uns unser... Wenn man da mit reinkommt. Ich muss allerdings dann denken, dass ich hier noch eine Einheit reinsetze. Sonst wird das eigentlich nicht so sein. Ich auch jetzt noch drin lassen sollen. Nicht nachher daran scheitern. Das wird mich richtig ärgern. Ja, Nationalismus ist halt einfach ein absolutes Must-Have. Wir müssen aber auch eigentlich weitergehen auf die nächste... Ach, Gott sei Dank. Auf die nächste Ausrichtung, wo wir halt dann auch die großen Armeen bauen können. Ihr seht, wo Lautaro ist, ne? Das ist Atomzeitalter halt. Also der kann da eigentlich jetzt bald schon draufgehen. Hier, um Mobilisierung müssten wir dann gehen. Was machen wir sonst gerade? Ja gut, Aufklärung sollten wir auch mitnehmen und dann Mobilisierung. Ich bräuchte auch eigentlich mal eine neue Regierung. Das, ähm... Ja, aber die Handelsrepublik ist schon ganz gut. Passt schon. So, Heidelberg haben wir auch. War jetzt keine Wand drin oder Mauer drin, deswegen ging das schnell. Wobei unser Panzerabwehrschütz trotzdem ziemlich gelitten hat, muss ich sagen, dafür. Das heißt, wir haben jetzt auch die dritte Stadt. Die hält uns schon wieder. Nicht willst du mich ver... Hm. Ja, die müssen wir aber halten können, in meinen Augen. Also, da müssten wir eigentlich nur den hier reinsetzen. Ja, dann passt das. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier die Städte sicher. Sind noch die drei da. Westfow von Baban, schon gepflückt anscheinend. Und sonst sind wir nur noch hier bei der Abwehr. Aber ja, wie gesagt, Lautaro, ne? Ich bin hier unterwegs. Das ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel. Dass wir hier mit unserer schönen Panzerabwehrgeschütz, den wir besuchen gehen. Mal kurz zeigen, was es bedeutet, wenn er uns einfach hier den Krieg erklärt. Aber wenn der einmal jetzt eine Mauer baut, sind wir ehrlich, dann ist das natürlich direkt wieder vorbei. Also, das wird jetzt nicht so sein, dass wir das eine lange Zeit oder längere Zeit halten können. Das ist eigentlich unmöglich. Ach ja, und wir haben unseren ersten Ballon gebaut. Ja, warum baue ich den? Da kriegt ihr mehr Reichweite, was extrem stark ist. Ich baue hier auch noch eine Bombarde. Ich glaube, ich schicke das aber schon nach vorne. Weil damit könnten wir halt tatsächlich Aachen und so weiter brechen. Allerdings müssen wir erst mal mit unserem Ballon da hinkommen. Weil hier ist ja noch Münster. Das kriegen wir aber gleich geschenkt. Von daher sollte es eigentlich möglich sein, dass wir da hinkommen. Wir haben einen neuen Wissenschaftler bereit. Sehr gut. James Young. Zwei Heurekas. Brauchen wir sowieso immer. Der Industriezeitleiter Moderne, was hoffentlich was richtig gut ist. Und wir kriegen Öl ohne üblichen Technologievoraussetzungen. Was sehr gut sein kann. Weil dann müssen wir noch eine Linieninfanterie bauen. Vielleicht auch irgendwann mal eben angefangen. Aber muss sich dann wieder wegsetzen. Aus Gründen. Und dann können wir das auch nochmal machen. Und Wirtschaftswesen. Ja, Kooperation. Ah ja, Verbrennungsmode. Das ist sehr gut. Die Frage natürlich, ob wir noch irgendwo Öl jetzt wirklich auch haben. Also wir sollen das jetzt kriegen, auch ohne den technologischen Voraussetzungen. Das heißt, wir sehen das jetzt einfach. Oder wie sieht das aus? Weiß ja schon gar nicht mehr. Schon wieder so lange her, als ich den benutzt habe mal. Also momentan sehe ich jetzt kein Öl. Ah doch, hier. Da, Quatsch. Wut ihr da denn gezeigt. Da unten? Okay, sehr gut. Das ist auch sehr gut. Okay, das sind sehr gute Dinger. Gut, dass ich jetzt 20 Minuten rumgeguckt habe und eigentlich die Antwort direkt von meiner Nase hatte. Aber das ist natürlich exzellent. Wenn wir die kriegen können, dann können wir nämlich auch die Linieninfanterie auch sicher bauen. Weil sonst haben wir einfach ein Upgrade von der Linieninfanterie, die wir uns gar nicht leisten können. Müssen wir halt nur die Ölbrunnen auch bauen. Ja, und unsere zwei Korsionen machen schön Millimapu-Blatt. Und die anderen Städte werden wir natürlich nicht bekommen. Also obwohl, wenn wir hier rüber schwimmen, könnten wir die auch noch absnacken. Ich weiß nicht, ob ich die einfach zerstören soll. Einfach nur aus Hass. Wobei, hier ist die Freiheitsstatue drin. Und die müssten wir eigentlich halten können, weil wir die Stadt hier neben haben. Und ich weiß nicht, ob die rankommen mit der Beeinflussung. Ja, hier wird ja auch noch eine sein. Hm. Aber es wäre natürlich sehr cool, wenn wir die halten könnten mit einer Freiheitsstatue. Und wahrscheinlich das, obwohl dir das wahrscheinlich zur Hauptstadt gehören. Ich habe ja gar keine Plätze mehr. Guckt euch diese Wunde an, die er alle hat. Das ist ja Wahnsinn. Also wir werden wahrscheinlich leider einen Kultursieg verlieren, wenn wir den nicht platt machen jetzt. Und damit gehört uns auch die erste Stadt von dem tollen, lieben Lautaro. Bumm. Müssen wir schauen, wie sehr können wir die nicht halten. Sehr nicht, sehr. Da können sie auch zerstören. Dann haben wir halt die Freiheitsstatue weg. Das ist natürlich eine sehr, eine recht mächtige Stadt. Wir kriegen auch Öl schon. Was halt extrem stark wäre. Die Frage jetzt. Wir haben ja natürlich extrem wenig Leute. Ich meine, hier müsste es passen. Naja, auch nicht wirklich. Da war er erst noch nicht mal zugewiesen. Also wir könnten ihn dann tatsächlich hier zuweisen. Aber hätten halt trotzdem minus sechs. Jetzt müssen wir eigentlich hier oben noch eine Stadt bauen. Oh, ich habe ja schon wieder hier eine Panzerabwehr gebaut. Ich muss langsam mal damit ein bisschen aufhören. Wenn ich zu viel davon habe, die Stadt brauche ich recht schnell. Was natürlich auch nicht schlecht sein soll. Das ist insgesamt nicht schlecht. Aber das ist jetzt die Überlegung. Zerstören oder nicht zerstören. Freiheitsstatue. Bringt mir das was? Ja, ich meine, das Öl wird mir schon was bringen. Und dann könnte ich nämlich jetzt mit den Linieninfanteristen einen Upgrade fahren. Und das wäre schon ziemlich stark, muss ich einfach sagen. Geld brauche ich auch mal dringend. Fierig. So, wir haben jetzt auch die Feldkanonen durch. Und wir können jetzt auch hier den Angriff fahren. Ich habe ein bisschen Angst davor, zu gehen. Aber ich tue es einfach mal. Okay, das ist ganz in Ordnung. Er hat auch einen Feldschutz hier geopfert. Und eins ist noch hier unten bei Anansi. Den Krieg, das sollten wir auch kaputt kriegen. Und natürlich ist ja trotzdem die Stärke dieser Stadt halt das Problem. Nichts anderes. Das muss man einfach ganz klar festhalten. Aber wir können hier schon... Oh Gott, ihr seht. Wir können auch gar keinen Schaden mehr machen mit unserer Linieninfanterie. Wir haben jetzt auch Öl. Heißt, auch dahingehend haben wir jetzt zumindest einen Vorteil. Oh mein Gott, wir machen ja wirklich gar nichts mehr. Okay, vielleicht sollten wir doch warten, bis unsere Aufklärungsballons da sind. Das ist ja unfassbar. Nicht gedacht, dass es so extrem ist. Aber er hat ja auch die Renaissance-Mauern, glaube ich. Ja, schwierig. Aber wir müssen halt Aachen brechen. Dann ist der Rest nicht mehr so schlimm. Aber unser Ballon muss hier erstmal noch so einen Umweg nehmen, weil hier noch so ein paar gegnerische Einheiten sind. Die auch schon Panzerabwehrgeschütze haben, was ein bisschen ärgerlich ist. Ja, und oben Willi-Mapro habe ich jetzt doch behalten. Ja, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnen wird. Und ja, wir könnten heute höchstens die da angreifen. Aber wir sind jetzt auch bei 77. Deswegen jetzt unsere Technologie-Status auch eingenommen haben. Mit ihrem gigantischen Furchtschritt. Schwierig. Ja, wir sind hier beim verbissenen Kampf gegen Aachen. Oder ja, doch gegen Aachen in Aachen, wie auch immer man das formulieren will. Ich habe jetzt den Ballon hochgebracht. Unser Hercules hat hier hinten verteidigt. Der Deutsch schickt irgendwie seine Feldkanonen zum Glück hier auch raus, weil er hat unglaublich viele Feldkanonen. Ich glaube, wir haben schon vier, fünf kaputt gemacht. Und er hat hier nochmal, eine habe ich hier nochmal kaputt gemacht und hier hat noch eine stehen. Kürassier sind zum Glück ins Wasser gefahren. Das ist natürlich absolut super. Und er hat auch seine erste Bombarde hier. Ja, wir haben kulturtechnisch ein bisschen mit Lautaro aufgeholt. Das ist sehr gut. Auch wenn er trotzdem natürlich, ich meine, wenn er das sieht, in einem Atomzeitalter gegen uns irgendwo im Industriezeitalter. Was ja komplett lächerlich ist. Er ist halt hier vorne schon. Was natürlich sehr brutal sein kann. Forschungstechnisch jetzt noch nicht, glaube ich. Da ist er noch mit uns da. Ah, naja, sind wir alle drei. Genau, sind wir alle auf einem Fleck. Aber, ja. Das passt also eigentlich noch. Hier ist noch eine Panzerabwehrmannschaft bauen. Wir haben aber geldtechnisch nur immer Probleme. Aber ich werde einmal eine bauen, damit wir hier nachher eine Armee daraus bauen können. Dann schicken wir die nämlich nach unten noch, damit wir da Verstärkung haben. Hätte ich eigentlich auch viel früher machen sollen, weil diese Städte kriegen wir nicht mehr. Unmöglich. 84, 93, 100, zwei ist es. Ich weiß auch gar nicht, wie das enden soll, ehrlich gesagt. Müssen wir mal schauen. Na ja, erstmal wollen wir Aachen zerstören, dass es auch schon bei 82 liegt. So, das Ganze muss ich einmal nachvolltunen. Was haben wir getan? Ich habe tatsächlich die Panzer upgradet, was sehr wichtig war. Ihr seht vor allem aber auch meine Verzweiflung. Lautaro liegt nämlich oder sitzt mit seinen Panzerabwehrarmeen mitten in meinem Gebiet, was schon sehr frustrierend war. Wir hatten noch nicht mal die Armeen fertig oder jetzt gerade erst und konnten uns dann so ein bisschen erwehren. Das Gute ist, dass Lautaro die komplett dumm einsetzt. Also einfach mit denen durchrush. Das Gute auch ist, dass er keine Artillerie dabei hat oder sowas. Also keine Belangungswaffen. Außerdem spammt der Deutsche wie Hölle Feldgeschütze. Also wirklich unfassbar viele Feldgeschütze. Aber das Gute ist auch, wir haben jetzt die Panzer. Die kann man ja falsch halten. Relativ einfach, meine ich sogar. Und die sind sozusagen der nächste Sprung nach der Bombard. Die Bombard ist natürlich noch nicht out, weil sie halt mit dem Luftballon oder der Drohne später noch immer eine Reichweite höher hat. Und dann kann man auch immer gut loslegen. Aber der Panzer ist eben das Wichtigste, um jetzt hier diese ganzen Feldgeschütze zu überrennen und auch von dem ganzen Bombardement nicht so angepackt zu werden. Was dann seht ihr gerade nochmal? Der hat fast alle Stadtstaaten unter sich. Und dann Madol ist dieser Küstenstadtstaat, der allen Bezirken einen Bonus gibt, wenn sie an der Küste sind. Das ist natürlich enorm. Deswegen hat der auch 346. Ich hatte den zwischenzeitlich mal, in dem Zeitpunkt. Und dann hatte der irgendwie 100 oder 150 weniger. Also es ist deutlich ein riesiger Vorteil, dass er diesen Kontinent allein hat. Also in dem Zeitpunkt hier gerade war ich so frustriert. Das kann ich ja jetzt nicht mehr so transportieren, weil es später ist jetzt. Aber ich war so fertig, weil ich einfach dachte, ey, du kommst hier nicht mehr durch. Das ist unmöglich. Der ist so weit vorne. Ich bin so weit abgeschlagen. Ich kann halt nur noch das Möglichste machen und das irgendwie noch hinkriegen. Da sind halt die Panzer, wirklich die letzte Rettung, die wir haben. Und ihr seht, da sind nochmal 1, 2, 3, 4 Panzerabwehrarmeen hat er hier in unserem Gebiet oder Richtung unser Gebiet. Aber das Gute ist halt, wir haben jetzt diese Aufklärungsbalance plus Panzer, die uns da jetzt durchaus eine Möglichkeit geben. Wir sind auch immer sehr gefährdet, sag ich mal. Gerade eben wegen dieser Feldgeschütze. Aber den Panzer kann er da nicht mit, also in irgendeiner Weise anknuspern. Deswegen ist das okay. Und ihr seht nochmal hier, was ich gerade so eben meinte. Die laufen nur auf unsere Hauptstadt zu und machen halt gar nichts. Sondern das ist natürlich super für uns. Was bringt das? Er will wahrscheinlich diesen Notfall, diesen Verratnotfall irgendwie noch durchpushen. Wir haben noch 17 Runden und er will unbedingt diesen Notfall durchpushen. Und das ist offensichtlich das einzige Ziel, was er hat. Die Sache ist natürlich auch bei Lautaro. Wir haben jetzt gerade ein goldenes Zeitalter. Er hat ein normales Zeitalter. Das heißt, er macht noch mehr Schaden. Er sieht diese Werte hier. Das ist halt unmöglich für uns, in einer Armee gegen eine Armee zu kämpfen. Wir sterben halt Armee gegen Armee. Halt wegen dem Verratnotfall. Wegen der Schwierigkeitsstärke gibt es vier. In einem Verratnotfall drei. Und Lautaro, glaube ich, gibt selber nochmal zehn. Genau. Das heißt, er hat alleine schon 17 Stärke mehr. Deswegen können wir ja gar nicht kämpfen. Wir warten halt wirklich nur in der Stadt und lassen den sich da aufreiben. Und das kann man auch schon so sehen. Er bewegt sich ja wirklich nur auf unsere Hauptstadt zu. Stellt sich daneben. Greift auch mal ab und zu mal an. Aber er kann halt keine Verteidigung von 100 überwinden. Auch nicht 80. Nur mit Panzerabwehrarmeen. Das funktioniert halt nicht mehr. Das heißt, er bräuchte halt auch Belagerungsangriffe. Währenddessen bauen wir so ein bisschen das Gebiet weiter aus. Ist sehr schwer. Ihr seht oben mal ein Weltwunder, mal ein Kohlekraftwert. Also alles so, was irgendwie noch einen Vorteil bringt. Damit wir halt doch noch Lautaro einholen können. Ihr seht, ich gehe auch höher mit der Kultur. Was schon sehr gut ist. Das ist aber auch absolut nötig. Und dann mache ich hier mit dem Panzer wirklich. Ich fange jeden Schuss ab. Nimm jedes Feld mit, wo ich 50 Gesundheit zurückbekomme. Und mache langsam oder sicher mit dem Bombarden Aachen Schaden. Sodass ihr irgendwann Aachen mal knacken könnt. Denn Aachen knacken ist so damit das Wichtigste. Wenn die Stadt erstmal gefallen ist, dann sollte die Produktion von dem auch einfallen. Dann kann ja nicht jede zweite Runde mehr mit drei Feldgeschüssen kommen. Die Stadt Heidelberg sollte auch funktionieren. Und ohne Probleme halt haltbar sein dann. Und ihr seht auch, wir können mit unserem Händler. Wir kriegen ja, weil wir recht viele Handelsbetriebsstrikte haben, sehr viele Händler. Das haben die anderen anscheinend nicht. Und diese Händler können wir einsetzen, um natürlich die große Produktion zu bauen als Kooperation. Und sonst seht ihr, ich mache hier wirklich einfach nur mit Fernkraft Schaden auf die Viecher. Mehr kann ich da auch nicht tun, dass das sinnvoll wäre. Was noch gut ist, wir können, wir sehen, könnt jetzt, wir haben ja dieses Regierungsbezirk-Ding gebaut oder gekauft, ne gebaut. Und können jetzt mit Glauben Einheiten kaufen. Ich habe einfach nochmal Panzer gekauft. Zwei Panzer geben uns direkt die Möglichkeit, Kampfpanzer zu bauen. Was natürlich sowas von Skyrock-Rocketing ist. Genauso halt, dass wir noch bessere Panzerabwehrgeschützer haben können. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur Stahl. Und dieses Stahl ist momentan eigentlich unerreichbar, weil wir kein Panzerschiff mehr bauen können. Und das ist ziemlich ärgerlich. Das heißt, wir müssen das auf harte Weise forschen. Mit 50% Malos, was natürlich ziemlich kackiges ist. Aber jetzt mit der Panzerarmee sollten wir halt Aachen locker, locker durchhauen. Und das bricht so richtig schön jetzt diese, ich sag mal, Patz-Situation. Wir sind jetzt in der 183. Runde. Das ist ja wirklich schon, der Krieg ist jetzt seit, glaube ich, 50 Runden dran. Also sehr anstrengend. Ich wollte eigentlich bei 180 schon fertig sein, als wir es den Deutschen umgebracht haben. Aber jetzt, seht ihr, haben wir es endlich geschafft. Mit der Armee, der Panzer können wir Aachen einnehmen. Und damit dieses ganze, ja, diese ganze Patz-Situation auflösen zu unseren Gunsten. Jetzt müssen wir nur noch halt Lautaro irgendwie besiegen. Und natürlich mit dem Deutschen noch zu Ende aufmobben. Und merkt, ich bin ein echter Profi. Erstmal Mikrofon vergessen bei der letzten Aufnahme, werde ich nachvertunen. Hütte da ein bisschen mir komisch an, aber ganz ehrlich, so ist es halt dann. Ja, was haben wir getan? Also erstmal wollte ich eigentlich jetzt berichten, wo ich dann bei der zweiten Aufnahme dann das Bild vergessen habe, dass wir Stahl tatsächlich doch bekommen haben. Ich habe eigentlich darüber gelamentiert, oder lamentiert, dass wir Stahl nicht bekommen können, weil wir kein Panzerschiff mehr bauen können. Wir haben einen schönen großen Wittschtafer bekommen und der hat uns das einfach ermöglicht, das mal locker zu bekommen. Richtig gut. Weil jetzt können wir unsere Bombarden upgraden zu Artillerien. Und das könnte selbst Lautaro schmerzhaft aufstoßen. Denn das ist sehr, sehr, sehr brutal gegen ihn. Wir würden das jetzt noch nicht machen. Gucken wir mal, ob ich hier vielleicht auch eher hinten upgrade. Mal jetzt nochmal schauen. Wichtig ist, dass wir erstmal hier schön Frankfurt einsacken. Zack. Ja, Stadt behalten. Warum geht die noch runter? Der hat doch nichts mehr außer Trier. Also bitte. Kann das noch sein? Naja, egal. Wir können hier nochmal, ich habe ja jetzt noch Rainer geholt, eben für da hinten eine Stadt. Auch haben wir, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, was hatte ich denn sonst noch gesagt? Ja, gut. Eben, dass wir die Artillerie nicht bekommen. Jetzt haben wir sie. Das ist genial. Und werden die Städte hier noch auslöschen. Und sind jetzt wirklich super dabei. Ich kann auch gerade Wunder produzieren. Ich hoffe, dass ich hier noch ein paar dazukriege. Weil ich glaube, Lautaro momentan nur Militär baut. Eben, weil er jetzt diese Sache hier noch gewinnen will. Wir haben auch noch sieben Hunden. Also er kann nicht Barbeer annehmen. Der steht ja mit seinen doofen Armeen da rum. Aber das kann er halt einfach nicht gewinnen. Also das kriegt er nicht hin mit zwei Panzerabwehrarmeen. Und ich habe hier oben schon zwei besiegt. Und seinen komischen Kundschaft oder Rangerarmee, die er schickt. Damit kann er uns einfach nicht besiegen. Also er ist wirklich nicht für den Krieg gemacht. Sagen wir es einfach mal so. Was sehr gut für uns ist. Absolut. So, genießen wir zusammen den Fall von Trier. Nein. Entschuldigung, warte, ich drücke nochmal kurz auf Stopp, Aufnahmestopp. Einen Moment. So, genießen wir zusammen den Fall von Trier. So, jetzt aber. Danke. Watsch, ist der Friedrich voll. Ja, so erhaben und Ruhmreich. Doch es sollte nicht sein. Ihr habt gesiegt. Zum Glück, ey. Ja, friedlicher als deiner. Eigentlich war es so gar nicht so schlimm. Ich war ehrlich gesagt schlimm. Aber egal. Das war seine letzte Stadt. Die behalten wir natürlich auch. Und damit haben wir dieses Reich endlich. Also wirklich, ich war am Rande der Verzweiflung. Und ich möchte es nochmal betonen. Am Rande der Verzweiflung. Ich habe das ja in diesem Part, der ich nicht die vertunt hatte, oft gesagt nochmal. Ich war wirklich am Rande der Verzweiflung. Jetzt haben wir schon mal weniger Druck. Wir haben natürlich immer noch so Stadtstaaten. Die können wir eigentlich auch auslöschen. Wenn wir eh schon hier nebenbei sind und meist gehasste Personen der Welt sind, können wir eigentlich auch direkt die Stadtstaaten mitnehmen. Weil der wird uns konstant sonst auf die Nerven gehen. Und der ist halt genau mitten in uns drin. Und das ist extrem, extrem nervig. Deswegen sollte man das so oder so auslöschen. Gleich mal natürlich eine Friedensmission durchführen. Das ist ja klar. Niemals würde ich solche Wörter wie auslöschen in den Mund nehmen. Naja, außer eben. Und mal fast immer. Aber sonst nicht. Ja, okay. So, und damit bricht auch der letzte Widerstand. Wir sind bei 198. Ich wäre eigentlich jetzt gern schon fertig gewesen, ehrlich gesagt, mit dem Rush. Um euch dazu richtig zu zeigen. Um ehrlich zu sein. Aber gut, ist halt jetzt so. Wir haben auf jeden Fall jetzt das Ding gewonnen. Wir kriegen 200 diplomatische Gunst. Bringt uns gar nichts. Wird sofort abgezogen. Aber reduzierte Kriegsmüdigkeit. Unwichtig. Keine minus drei Angriffskraft mehr. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht Angriffskraft jetzt gegen die bekommen. Aber gut. Das ist halt so gestaltet. Lassen wir es so. Ich kann es ja auch irgendwo verstehen. Wir sind ja der Aggressor. Von daher müssen wir uns damit wohl zufrieden geben. Dass wir jetzt erstmal Taruga auch noch einnehmen. Also ganz die ekelhaften Weltvernichter, die wir sein wollen. Das ist ja klar. Ja. Und das passt ja auch ganz gut. Denn das ist das Ziel, wenn man so rushen will. Ressourcetechnisch sieht auch alles super aus. Also da sind wir auch gut dabei. Ich brauche auch wirklich gerade Wunder über Wunder einfach mal raushauen. Damit wir ein bisschen so aufholen von dem ganzen, ja, positiven Zeug, was der, ähm, ja, der Lautaro halt hat. Weiß Rugby ist komplett nutzlos hier, das Rugby nicht nachmachen. Aber ich kann es nochmal anders bauen und ich will es einfach haben. Und gucken, dass Lautaro, wenn er nämlich bald den Frieden erklären will, dann hört er auf, die ganze Zeit so crazy seine komischen Armeen hier in den Tod zu schicken. Und er sieht, guck mal, er läuft jetzt selbst mit seinem komischen General einfach mal in die Gegend rum, wo er auch immer der General hat. Er hat nämlich bisher nichts besiegt von mir. Er hat nur irgendwie seine Armeen hier geparkt und ein bisschen was geplündert. Und das war es eigentlich. Von daher, keine Ahnung, woher der den hat. Lass es einfach mal so sein. Ähm, aber er hat, solange er diese Kriegswirtschaft aufrecht erhält, keine Möglichkeit oder die KI ist dann so getaktet, dass sie halt tatsächlich unbedingt aufrüstet. Ja, richtig, aufrüstet, um halt möglichst stark zu sein und dir halt irgendwie ein Schnüppchen zu schlagen. Dabei ist der halt von Anfang an nicht darauf eingestellt gewesen, deswegen kann er das so gut wie gar nicht. Und wir können jetzt ganz gemütlich hier uns wirklich ausbauen, während er halt Ressorts verschwendet für Kundenschafter oder Ranger-Armeen und für Panzerabwehr-Armeen. Die Schlinge zieht sich zu. Lautaro ist gebrochen eigentlich. Er läuft mit so ein paar Armeen hier noch rum. Sie sitzt hier, greift auch irgendwie mittler an, schafft selbst das nicht kaputt zu kriegen. Er ist halt einfach gebrochen. Er merkt halt, was wir hier haben. Guckt euch das an, was wir hier alles stehen haben. Haben uns ja auch stabilisiert vom Geld, von allem her. Von daher super. Auch die Kultur haben wir jetzt überholt. Braucht man natürlich nicht. Brauchen wir aber auch nicht. Wir haben unsere Artillerien jetzt gleich oben. Ich bringe noch die zweite. Wir mussten da unten auch so eine Armee zerstören, deswegen hat es noch länger gedauert. Die ist halt einfach tendenziell auch langsamer. Weil die Stadt hier ist natürlich brutal. Also wenn wir uns das mal angucken, wir können da gar keinen Schaden machen momentan. Deswegen bin ich erstmal hier und sammle mich hier sozusagen rum. Alles schön außerhalb der Reichweite, so wie es das gehört. Damit wir auch wirklich unsere Armeen reinbringen. Panzer lasse ich noch ein bisschen regenerieren. Die sind ja nachher unsere Ramwirke, sag ich mal. Das bleibt einfach hinten stehen. Und das ist die zusätzliche Artillerie, die wir noch haben, um noch eine Armee zu bauen. Also dieser Bug, der geht mir so auf die Nerven, schon seit ich diese Spiel spiele. Also unfassbar. Ich drücke mit einem Linksklick irgendwo hin und der fährt trotzdem. Also das ist manchmal völlig fettisch. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt gleich durch. Ich denke, dann haben wir es geschafft. Ein bisschen später, als ich gehofft habe. Also 22 Runde wollte ich eigentlich durch sein mit dem Rush. Aber das ist halt immer so ein bisschen geschuld. Natürlich Lautaro hat ein super Gebiet. Wenn wir es jetzt auch noch ganz einnehmen würden, dauert das noch mal locker 100 Runden. Das auf jeden Fall. Mein Gott. Häm mich doch nicht. Genießen wir den ersten Schuss auf Ungulu Mapu. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird. Ja, okay. Dauert ein bisschen, aber wir genießen ihn trotzdem. Er war schön. Hat Spaß gemacht. Wir sind auf jeden Fall hier mit unserem Panzer schon mal in H8-Stellung. Ihr seht, drumherum steht ein bisschen Armee. Ich weiß nicht, mit dem Maschinengewehr, ob ich da rangehen soll. Ich glaube, das wird einfach komplett inhaliert von der Stadt. Deswegen unsicher, ob ich das tun soll. Ich werde die andere Artillerie, also die Armee auch noch daneben, damit wir noch mehr Damage machen können. Und nächste Runde sollten wir dann richtig schön knuspern können. Und dann langfristig auch das Ganze besiegen. Wie gesagt, ich könnte hier auch hingehen. Aber ich glaube, das wird einfach sterben, oder? Ich probiere jetzt mal aus, wie viel Schaden wir bekommen. Oh, ich kann da nicht mal schießen, weil das ein... Das ist ein Berg, ja? Das ist doch kein Berg. Warum kann ich nicht schießen? Also da steht ja Reichweite 2. Das hatten die doch mal gefixt, oder? Ich bin aber nicht mehr sicher. Vielleicht haben sie das auch nicht gefixt. Dann lassen wir einfach stehen. Komm, auch egal. Okay, das war die zweite Runde. Hat auch nicht viel gebracht. Das dauert ein bisschen. Und ich weiß, wir hätten jetzt Atombomben schmeißen können. Das Problem ist, da muss ich erstmal hier diese Forschung fertig machen. Dann ein Atomkraftwerk bauen. Vielleicht kommen wir noch dazu. Weiß nicht. Aber das macht man ja immer, ne? Ich weiß auch nicht. Ist nicht so spannend. Dauert mir halt irgendwie auch zu lange. Ich habe jetzt da wirklich schon viel Zeit rein investiert. Und 2.13 Uhr ist mir eigentlich schon fast zu spät. Aber gut, wenn ich sehe, wie langsam das hier geht, vielleicht sind wir dann fast schon mit Atombomben fertig. Wer weiß es schon. Ja, und da sind wir. Ngurumapu ist so gut wie gefallen. Es hat, ja, ihr seht es ja, ich weiß nicht, es waren 10 Hunden oder so gedauert, bis es runter war. Der hat noch ein paar Armeen hier rausgeschickt von Panzerabwehr. Aber ihr seht halt, was wir hier haben. Jetzt auch die mechanisierte Infanterie durch unsere Heurekas. Also da können wir jetzt einfach drüber walzen. Wer will denn die Ehre haben? Hm, ich glaube die Panzer, die haben uns das Spiel tatsächlich gerettet ohne diesen Panzer. Das ist ja der Schwachpanzer. Ne, dich brauche ich nicht. Du kannst ja nicht mit dem Schleben bleiben. Nur einer von den dicken Panzern. Wo bist du denn? Da sind sie doch. Ja, ne, da ist er. So, du hast die Ehre, mit einem General natürlich, so wie sich das standesmäßig gehört, da jetzt reinzugehen. Okay, oder auch nicht standesmäßig mit einem General, sondern alleine. Und der General guckt von außen zu. Und damit haben wir es geschafft. Es gibt jene, die darüber streiten, ob mit der Macht, zwingend der Wille einhergeht, sie auszuüben. Ob Gewalt nur immer mehr Gewalt hervorbringt. Diese Fragen sind irrelevant. Ihr großer Anführer habt es getan. Jo, und das haben wir. Wir sind durchgegangen mit 230. Runde ungefähr. Ja, ist okay. Also wie gesagt, ich hätte es mir schnell gewünscht. Aber ja, hat trotzdem ganz gut gepasst. Wir haben es geschafft. Wir haben mit Hammurabi einen richtig schönen Bombard Rush gemacht. Der dann natürlich, sagen wir mal, ein bisschen zurückgehalten wurde. Aber mit so ein bisschen Technologie nach vorne pushen. Ein bisschen Heurikas raushauen. Ihr habt ja gesehen, wie es geht mit den Panzern und so weiter. Ganz sicher nicht optimal. Aber am Anfang, glaube ich, schon recht optimal. Außer Salpeter vergessen. Aber ansonsten dann nachher nicht mehr optimal. Aber man kann halt so gut mit dem auf sowas pushen. Ich finde, das ist eine der besten Zivilisationen, weil es einfach so viel Spaß macht mit Babylon. Dann diesen Mix-Modus ist sowieso nochmal lustiger. Aber da kann man einfach richtig Spaß haben. Ich kann ja selber mal sagen, wie ihr den findet. Aber wir haben es geschafft, einen schönen Bombard Rush durchzuführen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abo, Like und so weiter. Und vielleicht habe ich noch eine kleine Überraschung am Ende. Ihr habt doch nicht ernsthaft gedacht, dass ich euch ohne Atombomben hier rauslasse. Ich habe mal ein bisschen aufgebaut. Und jetzt gucken wir uns das Spektakel. Es muss einfach bei SIP sein. Mal richtig schön an. Eine Thermonuklear-Rakete bitte auf Uelmapu. Ja, Fuchtbahn. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal schön an. Musik muss ich ja leider immer so ein bisschen ausmachen. Aber die Sound. Schauen wir zu. Oh ja, so muss das sein. Eigentlich hätte ich es noch ein bisschen schneller machen müssen. Komm, Feuer machen wir direkt die nächste ab. Und ich habe hier noch einen Bomber bereit für uns. Ja, Thermonuklear auf Lufkenmapu. Jawohl. Und hier bitte noch eine auf Nackmapu. Feuer. Und hier unten habe ich natürlich auch noch was vor. Aber gucken wir uns das erst mal an. Hi, schön. So, bist du schon bereit? Und da dauert das jetzt noch länger. Sonst machen wir hier auch noch eine. Wunderschön auf Ehuenmapu. Wenn es richtig ausgesprochen ist. Da sehen wir auch noch eine Atombombe. Und hier ist auch noch was Schönes angeflogen. Da kommt sie, oder? Ja, da kommt sie. Und ums. Natürlich. Und jetzt hier nochmal bitte. Da wird sie gleich gefeuert. Auf geht's. Schöne balästische Flugbahn. Und. Wumms. Und natürlich noch eine hier. Auch für Ina Piremapu. Entschuldigung. Ich kann jetzt einigermaßen richtig aussprechen. Und drauf da. Hopp. Jetzt habe ich nur noch einen normalen Nuklearsprengkopf. Aber ich glaube, den können wir auch noch anwenden. Hat ein paar Runden gedauert. Deswegen habe ich halt weggeschaltet. Ja, machen wir die letzte Stadt hier auch noch ein bisschen nass. Warum nicht? Hier, doof. Ja, Feuer. Natürlich Feuer. Was denn sonst? Dann gucken wir uns das noch an. Der kleine Sprengsatz. Aber sieht genauso aus, glaube ich, oder? Und damit ist Peni Mapu oder so auch Geschichte. Wups. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hinein in das verseuchte Land. Ja, hier oben müssen wir dann tatsächlich nochmal so ran. Aber das ist eigentlich auch komplett egal. Ihr seht es. Zack. Hört uns alles. Und ich glaube, wir vernichten die Stadt einfach. Hab keinen Bock mehr hier auf Städte. Reicht mir dann auch irgendwann. Die Weltwunder können ruhig kaputt gehen. Das ist alles gut. Und ja, dann sacken wir uns die Städte ein am anderen ein. Und dann sind wir durch. Cool, Mapu. Eingenommen. Ach komm, die behalten wir nochmal, oder? Ja, komm hier. Nakmapu. Noch nicht eingenommen. Oh, wie traurig. Wir haben keine Reichweite. Hier die Mapu gehört uns. Und Nakmapu ist auch unser. Also Schermens sind so Einheiten hier natürlich von der Verseuchung. Ein bisschen ärgerlich. Aber, naja, ein bisschen Schwund ist immer, sagt man ja so schön. Leider komme ich da nicht hin. Ich muss hier so ein Umwand gehen. Nervig. Gucken wir mal. Unser Kampfroboter ist ja noch hier. Der kann sich dann auch P. Huelen, Mapu holen. Rein da. Bums. Und die nächste Stadt gehört uns. Ja, der mächtige Lautaro. Schaut ihn euch an mit seiner 13-Forschung. 28-Kultur. Du wolltest also auf deinen einzigen Kontinent irgendwas hier reißen. Ja, ja. Dann kommen halt Atombomben und löschen dich aus. Und damit auch Ina Pire, Mapu. Meins. Und als letztes noch Lufkin, Mapu. Und damit haben wir die gesamte Welt erobert. Gibt nichts mehr. Wir haben bis zum letzten Widerstand geleistet. Doch, es war zu spät. Zu spät. Und damit haben wir alle Gegner besiegt. In der 200. Ich kann es nicht mehr genau sehen wegen ganzen Nuss-Ressourcen. 57, 59 Runde. Mit schönen Atombomben. Jetzt aber. Dankeschön fürs Zuschauen. Abo. Like. Ich liebe euch alle. Und tschüss. Ich liebe euch alle.